Hallo liebe Mutsis, ganz kurze Durchsage bevor die Folge losgeht. Wir haben neue Tourdaten von meinem aktuellen Solo-Programm Zero. Und mit neu meine ich so ziemlich die letzten. Vielleicht kommen noch zwei, drei dazu, aber das, was ihr jetzt hier seht, falls ihr es schaut, und das, was ihr sonst seht, wenn ihr auf einen Link unten drückt, das sind so ziemlich die letzten Tourdaten. Die meisten davon sind schon im Vorverkauf auf www.joelvonmutsenbecher.ch Was ich jetzt nicht will, abtippen kann, wie gesagt, bei den Show Notes, also im Link unten, einfach draufklicken, und dann kommt man auch hier hin. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei einem von diesen Terminen noch dabei seid, und wünsche euch jetzt ganz viel Spass mit der aktuellen Folge. It's great. Ton, Bild, und Stimmung. Stimmt, jetzt kommt der geil Einstiegs-Jingle da. Der ist doch gekommen. Aha. Und da sind wir. Direkt aus dem Jingle. Ja, wunderbar. Wie geht's? Gut. Schön, dass du wieder mal da bist. Ja. Fast ein schlechtes Gewissen, weil ich gemerkt habe, also, okay, also erstens bist du relativ gut drin, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, so, hast du jetzt endlich ausgefüllt? Und dann so, Scheisse, das habe ich immer noch nicht gemacht. Und dann so, hast du wieder mal einen gelöst? Und dann so, also, ja, also, ja, weisst du nicht, das Konzept? Und dann so, okay, Scheibe, ja. Und zwar ein mega Konzept. Ja. Also, da habe ich eine Marketingagentur. Da habe ich eine Woche aufgetreten, da sind sieben Leute eine Woche dran, um das Konzept auszuarbeiten. Schön. Ja. Aber es ist ein One-Pager geworden, das ist wichtig. Am Schluss muss ja das Konzept auf einer Seite Platz haben. Aber ich meine, du bist jetzt auch sehr beschäftigt. Ja, EM. EM. Und was? Ja, und du bist beim SRF. Aha, ja. Ich meine, ich weiss, jetzt sind die Arbeitsstunden ganz heftig. Das ist die Frage, wie lange noch. Zumindest die, die man aufschreibt. Die, die man aufschreibt, so. Hey. Weil das ist ja eh. Aber ich bin eher der Typ, der sagt, es gleicht sich aus. Es gibt wahrscheinlich Arbeitstage, die länger gehen im Fall. Und dann gibt es wieder andere, die kürzer gehen und am Schluss... Das haben sie bei NRG auch immer gesagt. Ja, ja. Aber ich habe, glaube ich, nie einen gehabt, der kürzer war. Nein, aber... Also, viel beschäftigt sind... Also, ich komme mir jetzt nicht mega... krass gestresst vor oder so. Nein, das... Aber auch nicht mit viel Beschäftigung... Ja, es hält sich im Rahmen. Aber ich habe so gedacht, weil wir uns ja eben von NRG kennen... Ja. Habe ich so gedacht, aus zwei mittelmässigen Randschienen-Moderatoren ist tatsächlich noch etwas geworden. Der hat tatsächlich uns ja etwas... Gell? Tatsächlich. Das ist noch faszinierend. Ja, es geht. Ich finde, was mir jetzt auffällt, so, am Schluss landen, gleich irgendwie alle mal bei SRG oder beim SRF. Hat dich auch verwischt? Ja, kurz. Ein kurzes Auswärtsspiel habe ich gerade. Nein, einfach so, jetzt fährst du an und merkst so, okay, in den bin ich auch noch reingelaufen. Ah, mit dem habe ich noch beendet. Ah, Radio Beo. Ah, cool. Ah, ja. Aber ich finde ja eh, ich habe gerade gestern davon gehabt, also, weisst du, vor allem so Lokalmedien kannst du ja eigentlich irgendjemanden nennen und sie sind bei jedem Medium irgendwann mal am Arbeiten gewesen. Ja. Ist einfach so. Es ist halt ein furchtbar kleiner Kuchen. Ja. Ja, ist irgendwie so. Und du siehst, wenn wir die gleichen Leute und die aber im Alter sind, die wachsen mit dir oder kreuzen deine Wege wieder und... Und andere sind auf die Wege, aber man erinnert sich auch nicht mehr an die, weisst du? Nein, nein. Jetzt ist aber dann meistens auch nicht so tragisch. Irgendwie so 15 Jahre später und es sagt irgendwann mal jemanden Namen und du bist so, hä? Stimmt! Das Krass bei mir ist jetzt mehr auch... Jetzt ist es, warte mal, Juni, jetzt ist es gerade dreieinhalb Monate oder so. So Gesichter kann ich mir mega gut merken, aber die Namen nicht. Ja. Und dann habe ich aber das Gesicht und kann es irgendwo vorordnen. Aber dann kann ich so, wie sage ich dir jetzt? Mhm. Und das finde ich verschlimmer. Es ist irgendwie so... Oder eben so Gesichter, wo du siehst und weisst, du weisst, den habe ich schon mal gesehen, 100 Prozent, aber ich weiss nicht mehr, wo und nicht mehr, wie. Kenne ich. Ich habe mich heute auch kurz gefragt. Was ist das für einen? Er hat irgendeinen komischen Namen, aber ich weiss es nicht mehr. Ich weiss es nicht mehr. Ja, nein, das ist zwei Jahre her. Ich bin heute wirklich noch schauen, wenn ich das letzte Mal wieder da war. Ja? Zwei Jahre war. Sehst du noch? Ja, aber ich glaube etwa der gleiche Zeitraum, wie es ungefähr. So nach Ski und Schnee. Ja, weil dann kannst du eh nicht. Nein, nein, dann kann ich nicht. Dann bist du sehr beschäftigt. Dann bin ich wirklich beschäftigt. Ich habe ja mit mir selber eine Bingo-Karte gemacht, was deine Feelguts werden sind. Meine? Ja, und ich sage am Schluss, sage ich, wie viele ich richtig habe. Okay, aber am Anfang noch nicht. Nein, aber wir fangen mal an mit Feelgood 1. Also mit Feelgood 1. Also das erste Mal, habe ich mir gestern so gedacht, kann ich mir heute alle fünf noch aufzählen. Ja. Aber Feelgood 1 wäre so, ähm, wenn du doch schon ein bisschen durch bist, irgendwie nach einer Skitour oder nach einer längeren Wanderung, du kommst so auf den Gipfel, es ist aber niemand dort, nur du, und merkst so, jetzt habe ich es geschafft. Und du hast irgendwie, egal wie hoch der Hügel ist, schliesslich viel, du stehst auf dem Dach der Welt und du bist so für dich. Und es ist echt ruhig. Das ist für mich so das Feelgood. Und dann mache ich noch meistens so das Raclette und dann gehört noch dazu. Das wäre so Feelgood 1. Wie machst du eine Raclette? Ich habe vor ein paar Jahren mal in einem Lotto, es gibt doch die Rochon Raclette. Aha. So von, ähm, die zwei ja. Nein, es ist wie so eine Schäle. Ich glaube, Kibag macht die, Entschuldigung für Branding, ob es gibt vielleicht noch andere Marken. Hey, ich schicke sie uns eins. Ja. Kibag beste Marken. Ja, schickt ihm schon eins. Beste Raclette riefen. Das Problem ist mit Rochon, da passen dann vier so Rochon-Kerzli unten rein. Aber in der Natur, es windet immer ein bisschen. Ja, eben darum. Und das bringt nichts. Aber, Bunzebrenner. Ja, genau. Also, Gaskernli, äh, Gasbröner oben drauf schrauben. Dann, ganz wichtig, in meinem Autorraclette-Werdegang habe ich gemerkt, wenn du nur das Raclette-Schäufchen drauf tust, der Bunzebrenner viel zu viel Kraft. Also, es bränt zu dir verstören. Ähm, dann habe ich angefangen, kennst du, beim Fondue, hast du doch auch so eine Wärmeverteilerplatte unter dem Kacklo, je nachdem, was du brauchst. Ja, das Gitter, das berühmte. Ja, ja, oder so. Und dann so die Platte drauf ist. und dann tust du die Platte drauf, das sind die Dings, und dann habe ich so eine gekauft, und das oben auf den Gasbröner, und dann das Raclette-Schäufchen, und dann kannst du Raclette machen, überall. Und dann hast du auch noch, hast du auch noch Gürtchen, Silberzimmer, nein, nein, es kommt darauf an, wie viel Gewicht und Lust, und so, dass ich habe. Meistens mache ich Brot mit, du kaufst dich aufs Brot. Das ist ja dann eigentlich schon nicht mehr Raclette, schon einen Käse-Schnitten. nein, dann müssen du noch Schinken unterdraßen. Ja, also je nach Definition. Und Weisswein. Ja, nachdem du irgendwie 1500 Meter hoch bist, und dann noch nichts gegessen hast, hast du Weisswein, dann würde ich wieder pfff. Nein, das ist so, das ist so ein bisschen mein Gipfelritual geworden, wobei, ich muss sagen, ehrlich gesagt, den Winter habe ich es relativ wenig gemacht, weil ich immer gefunden habe, habe ich bis oben, dann sitzt du wieder ewig, ähm, Platz im Rucksack und so, aber wenn du Zeit hast, dann gehört das weiter zu, zu dem Feelgood-Moment. Ja. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie das, wie das jemand machen kann. Nein, weil ich, ich bin auch schon auf irgendwelche, also Gipfel jetzt nicht gerade, aber halt schon, Anstieg. Ja. Aber ich bin ja nie so weit gekommen, dass ich dann näher gesehen habe, wo ich gesagt habe, ah, da bin ich allein. Sondern, sondern es ist dann so, der Reto und Gisela, die, 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 die Landjäger aufgeschnitten, und, äh, darum, das Gefühl habe ich noch nie erlebt. Ich muss sagen, ich bin da eine relativ komische Persönlichkeit, vielleicht schon immer gewesen, oder auch worden, dass ich, dörte schon, ja. Nein, so, ich habe ihn recht gut mit Menschen, behaupte ich jetzt mal, aber es gibt so Momente, in denen ich im Fall, wie niemand, will, auf dem Bergabend bin ich lieber alleine, wenn ich mich darauf eingestellt habe. Wie findest du denn, wie findest du denn, das ewige Grüezi sagen? Was? Ja, wenn man nebeneinander wandert, äh, so, hallo, hallo, ja, es gehört wieder zu. Schon. Ja, also, wenn jemand beim, beim Wanderbergabend. Es gibt Leute, die nahmen sich zu tot, ab dann. Was, wenn man aneinander vorbeiläuft, auf dem Wanderberg? Ja, und man dann sich mir das Grüezi sagen? Muss ja nicht, aber, also, ich nehme es eher so ein bisschen, als komisch wahr. Weil, also, häufig ist es ja ein Weg, wo, einer muss wahrscheinlich ein bisschen ausweichen, ja, ein bisschen rausstehen, und, dann sagst du einfach nichts, und läufst vorbei, so. Ja. Nein, das, nein, das stört mich überhaupt nicht. Habe ich jetzt gerade, oh nein, habe ich schon Angst gehabt, habe ich jetzt Wasserflaschen ausgeleert, aber die Ecke ist drauf gewesen. So ist es. Nein, das ist, das Grüezi sagen, ist okay. Ja. Aber einfach so, so das, das einsame, Freie dort oben, so der Moment für sich, gehört irgendwie zum Feelgood, dazu. Es ist, wenn ich mit Leuten gehe, die ich kenne, oder gut mag, gehört, das natürlich auch dazu. Ja. Aber was ich, was ich wie nicht, nicht cool finde, ist so, dass du raufkommst, da hat es vielleicht auch schon nur vier Nase dort, aber, die schnurren die ganze Zeit, die können, die können wie nicht, die kann sich nicht auf die Schnurr hoch. Und dann denke ich so, ja, aber jetzt hast du eine sauren Dreckung gegeben, bist da rauf gelaufen, und jetzt bist du oben schnurrst und nach zehn Minuten gehst du wieder runter. Aber hast du eigentlich gar nie inne gehalten, um rumzuschauen, so. Ja, ich weiss, was meinst. Und da ist mir aufgefallen, man kann es mal ausprobieren, ich glaube auch in Alltagssituationen oder so, oder an einem Ort, wo du cool findest, es kann irgendwo auf dem Bruderholz oben sein, gerade davon, so wohnst du immer noch zu Basel, oder? Ja, ja. Ja, wenn du siehst. Oder irgendwo einfach, wo du schön findest, oder so, und achte mal für drei Atemzüge. Ob es einen Moment gibt, wo jemand für drei, sagen wir mal, lange Atemzüge ein- und ausschnuppen, ob es dann Leute gibt, die einfach mal auch still sein können. Das gibt es fast nicht. Es fällt immer wieder an. Ja, ja, ja. Und es ist für mich so, oh, come on. Leute, die Stille nicht aushalten können. Ja. Und zwar, das Geilste ist, wenn ja dann gar nichts richtig gesagt wird, sonst ist es nur so, jo, jo. Ja. Es gibt doch ein bisschen ein Lüftchen. Das ist ja nichts Substantielles. Hast du mal die Galaxus-Werbung gesehen, wo sie bergsteigen? Galaxus hat ja immer das gleiche Konzept. Sie parodieren ja eigentlich Werbungen. Genau. Und dann haben wir überall die Produkte. Die mit Bergsteigen habe ich nicht gesehen. Die mit den Cowboys habe ich nicht gesehen. Es gibt verschiedene Versionen. Und auf jeden Fall ist es so wirklich so volles epische, oh, sie erklimmen jetzt den Park. Doch, so Dudes. Und dann haben wir die Skinlampen von da und da und so. Und rein die Schiffe nachher, die ich tue in den Schnee. Einer hat den kompletten Narvenzusammenbruch, weil das letzte Mal ist er mit seiner Ex-Friendin da gewesen. Und es ist so, der magische Moment, wo einfach so zerstört wird. Nein, aber das ist so, du musst sagen, das ist so feel-good. Wie ist es denn, wenn du jetzt aber noch einmal hochkommst und dann merkst du, ah shit, da ist schon jemand. Hey, es gibt es. Das gibt es ja. Also, die Berge gehöre ich ja allen und niemandem so. Das gibt es tatsächlich. Ich habe jetzt das Glück, dass ich häufig am Wochenende schaffe und unter der Woche nicht, was die Wahrscheinlichkeit von dem relativ klein, oder weniger macht. Das ist dann auch völlig okay. Also weißt du, häufig hast du ja auch nicht die gleiche, wie soll ich sagen, zeitliche Abfolge. Also die sind schon länger oben, du kommst die Gäden wieder mal und so, das ist völlig, also wenn es schon jemand oben hat, eben so, das ist eigentlich so ein bisschen das egoistische, vielleicht, oder der egoistische Part. Du hast den Anspruch, oh, das ist der neue Berg, so, da will ich jetzt meine Ruhe haben. Voll. Aber er gehört ja auch noch, also das muss man auch immer bedenken. Aber wenn du es triffst, ist es etwas mega Cooles. Ja. Also wenn du was triffst? Also wenn du es triffst, dass du es eben nie mehr triffst. Dann ist es mega gut, ja. Wie ist es dann nachher wieder runter? Ist das auch Feelgood? Ja, das wäre fast der zweite Feelgood gewesen. Ah ja? Aber ich glaube, für das Feelgood muss man eine ganze Kategorie bei mir auftun, so Feelgood-Berg oder Feelgood-Natur. Ja. Aber wobei eben in dieser Kategorie nicht alles immer nur Feelgood ist. Mhm. Teilweise Fluch schon oder irgendwie die Verhältnisse sind scheisse, oder weiss auch nicht. Du musst die Aktivität jetzt wie haben, damit du Dampf abbläst. Aber in der Zeit, in der du Dampf abbläst, bist du irgendwo im Umhirn, wo es ja dann auch nicht immer nur alles Feelgood. Das habe ich von einem Kollegen gehört, der irgendwie zwei Wochen irgendwie so Mittel-Südamerika ging wandern und wirklich auch in diesen zwei Wochen fast niemand gesehen hat. Und keine Handyverbindung und all das Zeug. Oder? Und dann auch irgendwann mal so ein bisschen wie verloren. Also wirklich so keine Ahnung mehr, wo ich bin, oder? Und er hat erzählt, es sind wirklich so, also Grenzerfahrung ist jetzt fast übertrieben, aber es geht richtig Grenzen. Und er hat gesagt, irgendwann fährst du auch mit dir selber reden und singst. Und einfach irgendwie, also du lernst dich nochmal anders kennen, weil du gehst halt in einer Extremsituation, gehst du auch mit dir selber anders um, als jetzt einfach irgendwie, wenn du im Tram hockst. oder so. Ja, ich glaube, also einerseits lernst du es und andererseits, glaube, wenn du das machst oder gerne machst, kommst du, glaube ich, einfach irgendwie gut selber mit dir klar. Ja. Also das heisst nicht im Sinne, dass du mit dir im Reinen bist, aber du kannst mit dir selber eine Woche, zwei unterwegs sein. Was ja auch wichtig ist. Und, äh, okay, es ist ja so. Ja. Aber, aber es ist wie so, glaube ich, wenn du nur so einen Tag oder zwei Tage gehst, passiert das natürlich nicht. So, dass du es dann mit dir selber rutschst. Yeah. Gut, mir passiert es sehr schnell. Aber, dass du mal fluchst oder so, ja. Nein, aber das ist wirklich so, ich weiß gar nicht, eben, ich glaube, es ist so, dass die Mischung aus Freiheit, Natur, so etwas geschafft zu haben. Du hast ja eigentlich etwas vollendet, so, indem du auf einem Berggipfel stehst. Mit dem Wissen, dass eigentlich die meisten Unfälle beim runtergehen passieren und nicht beim rauflaufen. Aber eigentlich hast du es so vorerst mal geschafft. Weil, weil, weil man es dann nicht mehr so ernst nimmt, oder? oder Konzentration. ja. ich weiss nicht, ich habe es empirisch nie geprüft, aber wahrscheinlich bist du müder, hast du so ein bisschen Spannungsabfall. Ja. Dann ist es eigentlich gut, zu wissen, dass es runtergehen eigentlich auch noch dazugehört. Ja, ja, ja. Aber, ja, ich glaube, dann passt das irgendwie so zusammen. Das sind wie Verletzungen, die beim Jubeln passieren, oder? Jubeln. Banschieben Vorfall beim Flips, beim Flips ziehen auf dem Schubplatz oder so. Es gibt, ich weiss gar nicht, wer, hat man nicht mal, ah doch, ein Carlitos, glaube ich. Weisst du, wenn wir mal kurz beim FCB gespielt haben, das ist hauptsächlich Pizion, und dann hat er immer die Flips gezogen. Und dann hast du im Fall, glaube ich, keine Flips mehr, weil du hast sonst schon im Rücken, weil es würde dich vielleicht anerbieten, jetzt das nicht noch auszufordern. Mach lieber einen Purzelpaar. Ja, genau. Nein, verdreist dir irgendwie den Hals dabei. Nein, ich habe jetzt gerade einen Zusammenschnitt gesehen von allen, die, wenn, auf dem Rasen, auf den Knie rutschen, und der Rasen ist zu hart, dass sie einfach so BAM einhängen. Das ist jetzt im Schakieren passiert. Aber, hast du den gesehen, der einfach nur mit diesen Fails ist, oder hast du den gesehen, wo alle fallen um, und am Schluss kommt einer und rutscht so, und er ist natürlich dann animiert, und er hat über ganz Platz. Aber er rutscht, und es hört nicht mehr auf. Genau. Es hört nicht mehr auf. Ja, den habe ich gesehen. Ja. Haben wir das gleiche Video gesehen. Ja. Ja, es ist die Reels, gell. Reels hier, Reels hier. Den Manni kennst du noch, meine Mitbewohner, in Basel. Also, wir kommunizieren eigentlich nur noch über Reels. Aber es ist die einzige Person, die ich so kommunizieren soll. Aber wir schicken uns nur das. Und du weisst so, ah, ja, schau, du findest es sogar noch. Das sind aber die Guten. Das sind die Guten. Nein, nein, ist gut. Das sind die Guten. du weißt so, oh, oh, Aber ja, das ist so viel gut eins. Genau, da bin ich mega zufrieden. Aber es muss nicht per se nur heissen, ich bin allein. Aber meistens ist es so der Moment, wo, wenn du allein bist, wo du halt auch mega, also, eben, es ist still und du reflektierst eher. Oder du, du nimmst es eher wahr. Ich glaube, wenn du zu so einer Street unterwegs bist, schnurrst halt, dann schon eher mal noch. Ja. So. Hat es schon mal einen Moment gegeben, wo du irgendwie ein riesiges Problem gehabt hast und dann machst du so einen so einen Berganstieg und dann kommst du zurück und denkst, ah, das Problem ist gelöst. Ich weiss jetzt wie. Ähm, nein. Nein. Ich wünsche mir, es wäre so. Also, häufig, eben, in der Zeit, in der du ja alleine unterwegs bist, machst du dir ja mega viele Gedanken. Also, ich bin mega Gedankenmensch, weniger als der Bauchmensch. Ähm, und dann dreist, also du dreist es wahrscheinlich schon mehrmals, aber es ist nie so so, oh, jetzt habe ich die Idee gehabt. Was passiert, ist mehr so, also, die Idee kommen wir während, während dem Lauf oder so, aber es muss nicht per se, dass es eine Problemlösung wäre. Also, Ideen kommen wir mega viel in diesen Momenten. so, das könnte man machen, das könnte man machen, oder, ah, könntest du es mal anders dreien, oder so. Aber so, wenn, ich sage mal, ein Lebensproblem hast, weiss noch nicht, umziehen, was es so alles gibt, ähm, oder es ist ein Problem mit der Familie, so, und dann denkst du, ah ja mal, wenn wir das so und so machen, dann kommt es gut. Ja. Das nicht, ich glaube, es hilft dir einfach auch in der Verarbeitung. Ja. Also so, oder du siehst es nicht mehr so schlimm, oder nimmst es sich ein bisschen lockerer, so. Wie ist das bei dir losgegangen? Hey, es ist, also, ich bin ja im Berner Oberland aufgewachsen, in Frutigen, wir sind aber nicht von dort, meine Mutter ist ja in Basler, wie du weißt, ähm, wir sind zugezogen dort, darum bist du heute nicht wirklich einheimisch, weil du bist nur in dieser Geburt. Gell, du bist der Einheimische, gell? Und das sind wir nicht. Und dann sind wir als Kind halt schon mega viel in den Bergen gewesen, mit unseren Eltern. Wir sind nie gross aufs Meer gefahren, weil meine Eltern haben immer gefunden, hey, es macht erst dann Sinn, wenn unsere Kids reflektieren, oder schnallen, sie sind zum Meer, so. Und dann wären wir alle so in dem Alter gewesen, wo langsam wirklich jeder mitbekommen hat, dass wir jetzt zum Meer sind. Und dann hat sich dann gerne noch meine Schwester angekündigt, mit sieben Jahren Verzögerung nach mir, oder zehn Jahre nach dem ältesten Brutsch, und dann hat sich halt das Meer-Erlebnis nochmal ein bisschen rausgezogen. Ja. Aber wir haben einfach mega viel Schweiz-Ferien gemacht, und ich glaube, das ist schon prägend gewesen, aber als Kind hast du das nicht immer sehr cool gefunden, logischerweise. Und dann ist es wie so eine Phase gekommen, wo ich gar nicht so viele Berge bin gewesen. Wahrscheinlich dann, wo wir uns so kennengelernt haben, so bei Energy, Basel, Schaffen und so. Und so sage ich mit 5, 6, 20 Uhr wieder. Ja, jetzt wieder wie angezogen. Das hat schon damit zu tun, glaube ich, dass ich, also ich mag gerne Skifahren, und er hat jetzt im Gegens gefunden, was machen wir jetzt nebst Skifahren noch? Also, und dann habe ich angefangen, Telemark-Ski fahren, und habe dann wie eine Bindung gehabt, die du umstellen konntest. Also, du hast es durchmachen, und Telemark fahren. Wow. Und dann habe ich so gefunden, für was hast du so eine Bindung, und brauchst du sie nicht. Und dann hat ein guter Kollege, ähm, gerade selber ist so ein bisschen das Türeli reinkommen, und dann, ja, und dann hat das angefangen. Und ich glaube, mit der Skitouren machen, bin ich wieder näher so, an das Söschbergli herankommen. Mhm. So, und, ich glaube, so ist es so. Aber ich glaube, es ist wie so, irgendwo mal eingeimpft worden, und dann kommst du so ein bisschen nach der Pubertät, äh, grosse Stadt, äh, und dann entdeckst du es nochmal für dich selber. Und dann, genau. So ist es mir mit der Fasnacht gegangen. Ja, das, das ist mir nie mehr passiert. Nein, aber, aber es ist genau das, du wachst, ist du mit auf, und dann kommt eben so, weißt du, so Teenager-Zeiten, und dann bist du ein bisschen, näh, äh, nicht gerade weg, aber ich muss nicht, ich muss nicht mehr an die Fasnacht. Und dann hat ich irgendwie so, naja, was ist es bei mir gewesen? So mit 20 oder so, genau, wo ich in Samad bin, während Fasnacht ist, dann denke ich so, fuck, ich muss, ich muss auf Basel, ich muss jetzt, ich muss jetzt an die Fasnacht. So. Aber du bist als Kind, bist du so eins von den Binkis gewesen? Ja, natürlich, ja, klassisch, mit dem roten Bäckli, und, und mit dem blauen Dings, und da mit der, mit dem Wackis. Ja, es gibt Bilder von mir und meinem älteren Bruder, wo wir da so hinhaben. Ja. Und dann, unsere Eltern, aber als wir dann in das Oberland gezogen sind, hieß es, dann müsste ich ein bisschen entscheiden, gehen wir an die Herbstmesse, oder gehen wir an die Fasnacht. Ja, okay, verstand ich. Und als Kind ist es dann so, ja, 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 und das ist ein bisschen abhanden gekommen. Und eigentlich, ist es noch lustig, ich habe mir so ein bisschen erhofft, dass, dann, als ich auf Basel gezogen bin, habe ich so erhofft, vielleicht kommt es mal, aber es ist nie mehr passiert. Also ich finde es mega schön. Ja. Und auch Morgenstreich, es ist mega schön. Dann denke ich so, boah, es sind so viele Leute, boah. Drum aktiv. Aber, ich glaube, das ist der Punkt, ich glaube, wenn du es verknüpfen kannst, mit einer Klicken, mit einer Gucken, Absolut. Dann bist du wie so dabei. So, aber, aber sonst denkst du so von aussen, okay. Es ist schön zum Schauen und die Laterneausstellung und so, aber, ja, nach einem Tag ist okay. Ja, aber komm mal, komm mal einen Tag. Ohne Sache. Es sind ja viele Leute dabei, wo du kannst. Ja, 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 ja. Es wird wahrscheinlich der eine oder andere geben. Das wäre lustig. Also, nächstes Jahr, Februar. Ja, ja, nächstes Jahr ist im März. Ist im März. Ja. Später, früher ist es später. Jo, es macht ein bisschen der Tourplan kaputt bei mir. Gut, dann könntest du eine Fasnachtshow spielen, oder würde dann niemand kommen? Vergiss es! Würde das nicht funktionieren? Oh Gott. Nein, ich habe zweimal an der Fasnacht geschafft, nein, dreimal, wenn wir Energy dazu haben sollen. Schaffen. Schaffen. Und darum, nein. Okay. Nein. Aber dann willst du es eben auch für dich, dann ist es wie so, die Fasnacht nehme ich mehr raus, weil ich will es dann voll geniessen können. Absolut. Dann will ich ja nichts zu tun haben. Ja. Ja. Ein Job ist sogar sehr gut gezahlt gewesen, und ich denke, es ist trotzdem nicht der Wert. Also weißt du, für die innere Balance bringt es es nicht so. Ja. Gut, viel gut zwei. Ähm, runterfahren. Nein. Ähm, es ist noch lustig, ich bin gestern Velo gefahren, und habe mir noch die ein oder andere Folge so ein bisschen mal angefangen, reinzuhören, und dann bin ich beim Velo fahren auf einem Podcast mit Tom Giesler gekommen, und gemerkt, nein, Velo fahren, also, ich kann Velo fahren tatsächlich, und ich fahre auch in der Stadt mit dem Velo rum, aber es ist jetzt nicht die Faszination. Ja. Aber dann habe ich mir so überlegt, es gibt so Momente, wo du ja so Gefühlsausbrüche hast. Also du juchztest, du jubelst, und das sind ja eigentlich die Momente, wo du es mega fühlst. Mhm. Und das passiert mir häufig im Winter, wenn tief Schnee ist, es ist noch niemand runtergefahren, der Schnee ist mega leicht, du hüpfst so von Kurve zu Kurve, und dann irgendwie geht so ein Juchzer ab, und das ist so. Unkontrolliert. Ja, unkontrolliert, ja. Und das ist so, einfach so, weil du gerade spürst in dem Moment, und das gehört wie so zusammen. Darum sage ich, es ist so wie so eine Überkategorie. So, Berg. Ja. Aber das ist wirklich so das Zweite, wo ich mal sagen, feel gut, du spürst es wirklich, es ist dir gerade alles andere egal, du bist einfach gerade in dem Moment, es ist cool, es verhält alles, hast gerade einen guten Tag getroffen, die Verhältnisse sind gut, es passt eigentlich irgendwie alles zusammen. Also das ist schon feel gut 2. Aber es ist, ich glaube, das trifft es ja, also es ist einfach spezifisch auf das Bergsetting, aber wahrscheinlich hat das Gefühl, für nochmal den Bogen zum Biken oder zum Velofahren schlagen, einer, der irgendwie auf so einem Flowtrail voll durchgegangen ist, oder, keine Ahnung, einer, der die perfekte Welle reitet, oder, so die Momente, wo du einfach mega bei dir bist. Ja. Also so, das wäre sicher feel gut 2. Okay, aber das, jetzt muss ich fragen, das gehört ja, wie du sagst, zur Überkategorie Berg. Ist das im Fall Berg ein feel gut, oder machst du jetzt 5 feel guts zu Berg? Nein, 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 das habe ich mir, das habe ich mir schon, das habe ich mir schon überlegt, nein, nein, 5 feel guts zu Berg gezählt. Nein, keine Angst. Aber das ist eigentlich so das Zweite am Berg, wo du wirklich, ohne wenn und aber, kannst du sagen, das ist cool. Oder das fühlst. Es gibt ja viele, eben, wandern, rauflaufen, schweren Rucksack, du schwitzt, keine Ahnung, es ist 30 Grad, dann denkst du, was mache ich eigentlich da? Also, so viele Momente gibt es ja wahrscheinlich immer wieder mal. Ja. Und die sind ja nicht per se, also jetzt wirklich Sachen ausgewählt, und ich muss sagen, dass sie wirklich so 100% viel geht. Also, da gibt es für mich keinen negativen Aspekt dahinter. Und dann gehört das wieder zu. Das ist ja der berühmte Flow-State, wo wir immer dabei haben. Ja, ich glaube, das überklassifizieren, ja. Wo einfach irgendwie, eben, an nichts mehr denkst. Ja. Das Krasse finde ich ja, eigentlich, versuch, also, solltest du den so viel wie möglich versuch irgendwo in deinem Alltag, aber es ist gar nicht möglich. Das ist ja das Frustrierende im Ganzen. Und wenn du ihn suchst, findest du ihn nicht. Ja, vor allem, ich wollte gerade sagen, Menschen, die es jagen, sind ja dann oft... Ja, die sind... Ich höre schon, ich bin so ein bisschen in einem Getriebniger. Ja. Also, ich merke es häufig so, es ist schönes Wetter, es hat noch Schnee, oder und ich bin zu Hause, ich weiss, ich sollte das und das machen. und am Abend bist du so völlig recht unbefriedigend, dass du das nicht gemacht hast. Und andererseits wäre es aber auch so, einfach so, vielleicht wäre es auch gar nicht so cool gewesen, weil du eben einfach so nach dem Moment wie suchst. Ja, ja, ja. Ja, das ist das Berühmte eben, wenn du es erzwingst, kommt ja, kommt ja wie meistens nicht so gut. FOMO. Ja. Ja, sicher ein gewisser Anteil von dem. Ja. Ja. Und das wird ja häufig erst gespiegelt durch durch unser Umfeld. Also, du musst schon wieder gehen. Ja, das war ja erst gewesen. Ja, und dann. Ach, dann gehst du alleine. Ja, und dann. Ja, ja. Okay, aber, ähm, du bist schon sehr oft auf irgendeinem Berg oder im Schnee. Ja, ja, also, ich versuche es so viel wie möglich. Wahrscheinlich komme ich nicht an jemanden her, der das irgendwie noch, weiss ich nicht, wo, wo ein Beruf hat, wo mit dem noch gleich zusammenhängt. Ja, und du wohnst ja eigentlich gar nicht dort. Nein, das ist der Scheisstreck. Ganz ehrlich, das ist wirklich der Scheisstreck. Tatsächlich, darum habe ich vorhin gesagt, so umziehen, ähm, tatsächlich dran, überlegen, richtig, äh, Berge zu ziehen, weil einfach der Weg halt so weit ist von Zürich. Ähm, andererseits ist es noch cool, dass so, wie soll ich sagen, äh, es ist so wie kein Druck rum. Also, wenn jetzt irgendwie irgendein Tiny House am Waldrand hat, irgendwo in den Bergen, dann fahre ich im Monat hin, und wenn es das halt erst in eineinhalb Jahren irgendetwas gibt, dann ist es so gut, noch hier zu bleiben, so. Aber der Wohnort ist schon suboptimal, also, Zürich besser als Basel, weil da hast du gerade noch mal eine Stunde mehr, logisch, und in einer Stunde von Zürich bist du gleich irgendwo mal im Glarnerland und dort hast du auch schon wieder Berge. Aber, aber das Problem war ja dann, dass wenn du dann musst du arbeiten, dann nimmst du immer den Weg auf dich. Ja, es gibt wie kein, es gibt wie entweder oder. Also entweder lebst du in einer Stadt, wo du arbeiten und die Lebensqualität ist, du hast kurze Wege, heisst aber, halt alle mehr oder weniger grossen Städte sind nicht sehr bergnach. in der Schweiz. Aus halt Bern? Ja, ja. Ja, also, auch Luzern ist eigentlich relativ nah, aber das heisst, ich arbeite nicht in Luzern, also ist halt, der Kompromiss ist immer zugegangen. Viele vom SRF wohnen so Walenseegegend. Ist auch mega schön. Ja, ist auch mega schön. Da gibt es ein Dörf, das heisst, ich glaube, Quinten. Ja. Kommt ich glaube nur her, falls es einem irgendwelche Tourschauer zuhören hat. Das ist doch die Einzige Ausfahrt, oder? Ja, und dann kannst du, ich glaube, nur mit dem Boot rüber, und dann fängt es gross an. Das ist einfach zwei Stunden. Aber dann hast du ein Boot. Ja. Ja. Aber eben so die, ja, Walenseege, aber der, ah, der hat die Strasse. Links, also je nachdem, in welcher Richtung du fährst. Wenn du jetzt von Walenseege Richtung fährst, links die Strasse ist ja der Horror. Ja, vor allem, wenn du weisst, wenn mal... Wenn es hier ist, ist es hier. Und zwar für immer. Wenn mal drei Autos sind, dann ist es vorbei. Genau, das kommt halt dazu. Darum, ja, also, so als Mittelmass müsste irgendwie möglich sein. Mhm. Ja. dann wird es irgendwann so. Ja, oder, also, ich glaube, es ist wie so ein Modell finden. Mhm. Ähm, ich habe auch schon überlegt, du könntest, also, was du ja auch kannst, du hast ja mal ein Wegezimmer hier in Zürich gehabt, du könntest ja, du könntest ja auch noch einmal die fixen Standorte haben und wenn du dann halt viel in Zürich schaffst, in dieser Woche, dann bist du halt drei Tage da. Genau. Du musst ja nur auf Hause und wieder arbeiten gehen. Mhm. So, das ist schon eine andere, schon eine Möglichkeit. Sind wir gespannt. Wo es mich herrn verspannt. Pfff. Ja, wie kein Druck. So. Ja, und du hast das gut und und gleich, gleich machst du dir auch ein bisschen Druck oder möchtest ein bisschen, ja, in gewisser mal eine Lösung finden. Und du hast auch nicht so eine, du hast auch nicht so eine mega, ähm, wie nennt man das? So eine, Heim, 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 Heimbase. Ja? Ja? Ein Homebase. Ja, aber du, genau, du bist nicht so einer, wo so, ich meine, ich bin jetzt mit Basel so und ich kenne viele, die irgendwie sagen, sie schaffen es nicht ganz, von ihrem Ort wegzugehen. Und du bist so eine, du könntest jetzt auch in, weiss doch auch nicht, in, 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 wo immer. Ja, Marseille. Könntest du wahrscheinlich auch. Ja, warst du vielleicht auch vorbei, würdest du wahrscheinlich in Marseille nicht glücklich sein? Es ist, es ist, es ist grosse Städte, es ist je länger, je weniger, im Fall. Das ist, ja, das ist, nein, aber es ist irgendwie, also ich bin mega gerne zufrieden bei meinen Eltern. Das realisiere schon erst jetzt wieder so ein bisschen. Mhm. Ähm, und das Schöne und Berge und alles, aber ich glaube, ich kann nicht unbedingt dort alt werden, so. Mhm. Ähm, und von dem her bin ich so nicht, irgendwie, auch in das kollegiale Umfeld, meine, die meisten Kollegen sind Thuner oder Berner. Mhm. Ähm, und die, die, die jetzt lange in Bern gewohnt, und jetzt mit Kind und Kegeln ziehen sie alle wieder langsam richtig zurück Richtung Thun. Und Thun wäre super, Thun wäre einfach das perfect match, wenn du so willst, weil es ist eine Stadt, hast du noch alles und bist mega nahe in den Bergen, hast du gleich eineinhalb Stunden auf Zürich, das ist das andere. Und trotzdem, du kannst wie auch sagen, hey, wenn du dich regelmässig siehst, ja, ich bin jetzt eher der Typ, der sonst wohl ist, wenn es das nächste Umfeld nicht per se in der gleichen Stadt ist. Ja. Achso. Ja. Aber es ist, es ist noch lustig, es ist, also bei unserer Familie ist auch so, mit den Brüten und so, wenn ich es so ein bisschen vergleiche, wir haben einen mega festen Zusammenhalt, aber der ist mehr so, bezieht sich mega, mehr so auf Qualität, nicht auf Quantität. Also, das ist schon mal, es ist schon krass, wenn du im Monat nichts voneinander gehörst, und dann ist ich so, ja, geht ja auch schon gut. Dann habe ich gefragt, wie geht es von mir? no news, sie gut news. Das können wir alle irgendwie durch. Das sagt meine Mutter immer von mir. Das ist mein Papa auch so. Meine Mutter weiss ich nicht, die ist vielleicht auch ein bisschen nebensorgt, aber mein Papa ist auch so, ja, ja. Wenn sie nichts hört, weiss sie, es ist alles okay. Es ist gut, es ist nichts passiert. Irgendwo gibt es nicht noch. Ja, nein, aber das gehört im Fall wirklich nicht mehr zu meinen Feelguts, muss ich sagen. was du vor der Marseille gesagt hast. Was denn? Grosse Städte. Ja, macht man noch Anti-Feelguts? Nein, das ist mir jetzt mehr so, weisst du, das nächste Konzept ab der 200. Folge wäre dann so Anti-Feelguts. Voll. So, Anti-Fan. Ja. Das wäre nicht Abkürtig. Nein, Anti-Feelguts, einfach so, ich bin ja noch reisen, acht Monate, ja, er hat sofort gesagt, ah, bueno, seines Jahr, komm, gib dir das, geh da rein, hey, nach vier Tagen, was mache ich das? Ich so, wow. Aber das ist ja so entscheidend. Was du, wie du, wer du, wer du, wer du, wer du treffst. Wie du es erlebst und mit wem du es erlebst. Ich höre von allen Menschen, dass LA eine absolute Schiessstadt ist. Und ich verstand es so fest, wenn du als Touri auf LA gehst und du schaust den traurigen Walk of Fame an und dann gehst du irgendwie noch in Universal Studios. Bin ich nicht dann, aber ja. Und dann nachher, willst du mal an den Strand und du weißt nicht, zu welcher Zeit, dann stehst du drei Stunden im Stau, bis du mal an einem überfüllten Strand bist. Also so, dann verstand ich, dass das absolute Grütze ist. Hingegen, wenn du einfach jemanden kennst, wo du da ist und irgendwie... Mit ihm den Lifestyle mitgehst. Ja. Dann findest du so Boah, ist das eine geile Stadt. Oh mein Gott. Und ich glaube, das ist eben gerade so Buenos Aires. Ich habe noch nie gesehen. Ich weiss von Leuten, die dort hin sind und sie von mir sagen, ich bleibe gerade da. Für immer. Ja, es ist wie so der Vibe, den du vielleicht in dem Moment mitnimmst oder nicht nimmst. Oder was du vorher warst. Ich bin ja vorher auf Galapagos tauchen und dann bist du so voll im Natursättig. Ja. Dann kommst du in die Stadt und natürlich reflektierst, oder vorher weisst du ja auch, also so weit bin ich schon, dass sie sagen, hey, ja, das ist jetzt eine grosse Stadt und so. Ja, ja. Aber für mich ist es dann aber auch so, es sieht, vielleicht sind die europäischen Städte noch ein bisschen anders, aber rein so grosse Städte, vielleicht jetzt gerade in Südamerika, haben für mich häufig irgendwie so alle dergleichen. Weisst du, es ist wie so, es ist wie nicht irgendwie eine spezielle, also nicht, dass ich irgendeine Ahnung habe von Architektur, aber es ist eine spezielle Bauweise oder so. Es ist irgendwie alles einfach der gleiche grosse Haufe. Mhm. Und dann ist es für mich so, ja, darum soll ich jetzt den gleiche grosse Haufe nochmal gehen, nur weil es eine Weltstadt ist. Und es ist sicher entscheidend, was man vorher gemacht hat. Ja, das ist sicher. Also wenn jetzt irgendwie von Zürich fliegst du direkt auf Buenos Aires, bist du so wahrscheinlich, wow, komm schon an, mhm, es schmeckt geil, weisst du auch nicht. Mhm. Und ich hatte das in Australien nach dreieinhalb Wochen Byron Bay bin ich auf Surfer's Paradise an der Gold Coast. Mhm. Und wirklich beim Ausstiegen von diesem Bus habe ich fast gekotzt. Ah, okay. Habe ich wirklich so gedacht, Gott, was mache ich da? Wirklich so, das Erste, was du siehst, ist so eine Hammerlimousine und alle so, mimi, mimi, weisst du, hast du gerade gemerkt, du hast eine völlig andere, das ist ja halt Goldküste von Australien. Das ist ja gesehen und gesehen und gesehen werden. So, wie sie würde sagen, alle Kants wohnen da, weisst du, oder wollen da wohnen. Ja. Das ist wirklich so, dann habe ich gewusst, ich bin ja zwei Tage da, höchstens. Fuck that. Auf keinen Fall, oder? Ja. Und wenn das Erste gesehen wäre, was ich gesehen habe, dann hätte ich vielleicht einen anderen, eben gerade vor Zürich, dann denkst du, ah, ja, Zürich hausse. Eigentlich ist Zürich voll schlecht, einfach, oder? Zürich mit Strand, weisst du? Drum, das macht sicherlich etwas aus. Aber kommen wir doch mal zu einem Filgot 3. Filgot 3 ist Fleischhimmel. Ich sage das jetzt bewusst so. Ja, macht doch. Weil ich das selber auch sage, wenn ich ein mega gutes Stück Fleisch esse, Dann gehe ich aber so in Fleischhimmel. Und zwar mache ich dann die Augen zu, weil dann, zumindest in meiner Vorstellung, ist ja dann ein Sinn weg und geniessst du echt nur das Fleisch. Aha. Und das wirkt vielleicht in einem Restaurant aber ein bisschen komisch am Tisch. Also, so, wo ist es jetzt? Hm. Hm. So, aber das ist im Fall voll viel gut. Das ist voll viel gut. Da gehst du Fleisch, das hast du sicher... Also weiss gar nicht, bist du ein Vegetarier geworden? Nein. Ah, gut. Also nicht, dass das nicht erlaubt wäre oder so, aber es ist einfach so, vielleicht könntest du es mittlerweile nicht mehr nachvollziehen. Aber einfach so, wenn das Fleisch irgendwie wie einfach so in die Mulle zergeht und irgendwie so deine Geschmacksknospen aktiviert werden, es passt gerade und du bist echt so da und geniessst einfach das Fleisch und alles rundherum ist so, ah ja, ist okay. Wie isst du das Fleisch? Medium. Medium? Ja. Das ist aber schon... Also, wie meinst du? Ja. Wo du es jetzt meint... Schon eher starker Gargrad? Ja. Für jemanden, der so von Fleisch redet. Ja, ich weiss nicht, vielleicht... Ich bin echt nicht der Blütler. Nein, das... Nein, nein. Irgendwie so Medium ist... Passt für mich. Also es geht noch so ein bisschen rosa ist. Ja. Gewisse Fasern sind einfach heiss, aber noch nicht durchgekocht. Das passt für mich, ja. Okay, spannend. Vielleicht sollte ich, ja, vielleicht sollte ich mal wirklich einfach recht blutig nehmen. Weil ein gut gemachtes Fleisch blutet ja dann gar nicht. Ja. Das ist ja... Es hat wirklich geruht. Nein, das habe ich noch nie so mehr überlegt, ob es mit einem Gargrad zu tun hat. Was ich muss sagen, ich bin, glaube ich, erst vor einem Jahr wirklich auf Tatar gekommen. Ah, also. Das habe ich vorhin wie Gräuschen gefunden. Wie Glück. Und jetzt finde ich, ja, das hat etwas. Tatar ist etwas vom Geilsten. Nein, das ist so... Wirklich, da bin ich so... Boah. Das ist so... Also grundsätzlich können wir auch wieder über Kategorie machen. Essen. Ja, aber... Potenzial, richtig dick zu werden. Das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Ja, nein, das ist wirklich so. Das ist wirklich das Feelgood, wo ich mir sage, boah, das ist richtig gut. Also, machst du dann auch selber Fleisch oder gehst du wirklich essen? Das sind meine Restaurante, wo ich weiss, da gibt es auch... Nein, ich habe nicht mal ein Restaurant und mir sage, hey, da musst du immer das bestellen. Behauptet nicht, aber wenn es irgendwo... Brutzli auf dem heissen Stein. Das ist schon mal gut. Ja, genau. Dann hast du so einen Block, da ist vorne, in Leukerbad bin ich mal so gewesen. Und dann kommst du zurück ins Zimmer und du schmuckst irgendwie wie das Fleisch, das du jetzt gegessen hast. Absolut. Und die nächsten zwei Tage schmucken deine T-Shirt auch immer noch so, wenn du nicht sofort wischst. Das ist so... Hier in der Gegend gibt es ja ein paar Rolli's Steakhouse. Ja. Und das ist wirklich so... Da schmeckst du nachher wie ein Steak. Nein, das ist... Da muss ich sagen... Aber es gibt nicht irgendwie Adressen, wo ich gehe. Oder wo ich mir sage, der macht das beste Fleisch oder so. Überhaupt nicht. Selber, ich sage, ich bin ein durchschnittlicher Fleischbrater. Okay. Ich bin mittlerweile sehr gut. Bist du richtig gut? Hast du so einen Smoker zu Hause? Nein, nein, nein. Ich bin wirklich einfach... Also, ich bin halt noch... Ich koche. Ja, das mache ich schon. Ich habe nichts... Ich habe nichts... Ich habe keine Grill. Also, ja... Grill hast du kennst? Nein. Okay. Mit meiner jetzigen Wohnsituation wäre es eher schwierig. Wir haben... Wir haben Grill, aber nur Holzkohle. Ja, ich habe den Grill. Aber auch Holzkohle. Und wenn du nicht zoberst, das heisst, dass du mir gleich kann ich auf dem Balkon anlassen, es stinkt nach oben. Ja. Grill, die mir zumindest ein. Wie? Das ist das Freiläge vom Zoberst Wunsch. Ja. Nein, darum... In der Grillwelt bin ich noch nicht so zu Hause. Dort kriege ich es oft an, dass es funktioniert. Aber ich meine jetzt wirklich mit einer guten Pfanne, mit einem guten Stück Fleisch bin ich mittlerweile... Ja, also so die Regeln weisst du schnell scharf anbraten, wie man das ja sagt. Scharf anbraten und dann vielleicht eine Minute, zwei noch sein und dann nimmst du es ab und lässt es noch ein bisschen ruhen. So, das kann ich schon auch. Aber ich glaube nicht, dass ich es auch so wird herbekommen wie im Restaurant. Und dazu kommt noch, dass halt wahrscheinlich die Fleischqualität schon auch noch eine Rolle spielt. Absolut. Also das... Jetzt kommt noch die grosse Frage dazu. Abgesehen vom Gargrad, was gibt es nicht zum Fleisch als Beilage, sondern Kräuterbutter oder hast du auch gerne mal eine Soße oder sowas? Hey, ich bin ein... Ich habe mega gerne Cocktail-Soße, passt aber nicht unbedingt zum Fleisch. Aber das ist so... Das ist so wie Leute mit Ketchup alles können essen. Hey, es gibt... Ich weiss, ich hätte gerne Karbonaren-Soße. Ich habe es schon mal probiert. Du weisst nie, was für Geschmäcker rauskommen. Kräuterbutter passt völlig. Ja. Aber wenn es richtig gut ist, finde ich es dann eben schon verschadet. Also so... Wenn ich in den Fleischhimmel gehe... Ja, ja. ...dann ohne Soße. Weil dann nimmt dir ja die Soße einen Teil vom eigentlichen Geschmack weg. Manchmal ist es aber auch eine Ergänzung. Es ist aber schon noch spannend. Ja, aber die ersten zwei Bisse nehmen so. Ja, ja, ja. Dann kannst du dann schon schauen, ist es vielleicht mit Soße noch besser. Ich mache mittlerweile... Machst du Soße? Eine abartige, ich schwöre es dir, eine abartige Pfeffelsauce. Okay, am Mittenbäuer noch drin. Yes. Sprich, du tust eine Bar davor halt so ein bisschen crushen. Ja. Damit es mehr Flavor gibt. Ich finde die Soße mega cool. Ja. Aber wenn er so ein Pfefferkorn bei uns denkt, boah... Das ist schon zu viel. Das ist nicht so weiss. Das ist schnell. Ich bin auch nicht so scharf. Okay. Ich bin auch nicht so scharf. Ich bin gerade morgen kommt ein Kollege zu mir zu essen, weil ich eben von meiner Pfeffersauce geschwärmt habe. Und jetzt muss ich es... Morgen ist es Performancetime. Morgen muss ich es schaffen, sonst wäre ich auch. Morgen ist Performancetime bei mir. Ja, okay. Nein, aber also... Ja, eben. Es gibt ja auch Momente, wo du vielleicht so merkst, so... Jetzt habe ich es verdubbelt. Ja. Ich habe es einfach vergeben. Die schwierigste... Ganz ehrlich... Also eben... Abgesehen, dass ich null Koch ausbüge... Die schwierigste finde ich Minutplätzchen. Ja. Das ist so schwierig. Du musst... Dann hast du schon... Schuhe sollen. Ja. Minutplätzchen ist die schwierigste, finde ich. Vielleicht ist das die Königsdisziplin unter den Köchen, ich weiss es nicht. Aber das finde ich fast schwierig. So ein bisschen dick ist ja... Verzeiht dir die eine oder andere... Die eine oder andere 20 Sekunden... Hast du so einen Thermometer auf deinen Steck? Ah, gut. Ja, aber sag dir, es ist, glaube ich, wissenschaftlich. Also es ist schon... Minutplätze mache ich nicht so oft. Nur weil die Aktion sind. Ich finde es auch nicht so spannend. Ja, nein. Nein. Es geht dir für schnell. Aber für die Kinder verdienen es super. Okay. Und die haben gerne, wie sie sagen, catchy Fleisch. Und dann kannst du... Und dann kannst du eben... Minutplätze, das ist perfekt für das. Apropos catchy Fleisch, du hast es wirklich in der Erinnerung. Ähm, Saftplätzli. Ja. Hast du schon mal gehabt? Ja, es heißt Saftplätzli, aber es ist ja so in einem Pott, wird es gekocht. Mann, das Fleisch ist trocken. Aber es heißt Saftplätzli. Und du denkst so... Ja, jeglichen Saft verliert. Ja. Und du denkst so... Wow. Das ist gutes Ketschifleisch. Ja. Kannst du nochmal servieren, das Ketschifleisch. Ja, Saftplätzli, wieso nicht, ja. Wie findest du denn Schmorfleisch? Gehst du auch in den Fleischhimmel? Oder muss es ein brotes Stück Fleisch sein? Ja, ist ja auch gebraten. Wirklich? Schmore... Ehrlich gesagt muss ich zugeben, so wirklich... Ellenlang geschmortes Fleisch habe ich auch noch nicht wirklich gehabt. Ah ja? Ja. Was? Nein. So braten oder so geht ja in die Richtung. So ein Brat, so ist nicht so... Ja, Brot ist schon wieder etwas anderes. Mach ich zu wenig? Ich meine jetzt mehr so... Weißt du zum Beispiel... Ossobuco ist ja lange geschmort. Ja, aber da ist noch Knochen dran. Oder nicht? Ja. Ja, nein, nein. Und du hast das Fleisch vom Knochen weg? Ja, aber das ist noch drin, hast du noch das Mark. Spare Ribs sind ja... Ja, das ist super. Ja, also weißt du vom Knochen-Naggen, okay, aber dann hat das Knochen-Mark aus... Nein, das musst du ja nicht. Boah, da kannst du mich jagen. Nein, da kannst du mich jagen. Mein Vater hatte das im Restaurant längst geschnittenes Magbein, wo du einfach mit Toast... Nimmst du das, machst du ein Toast mit ein bisschen Salz, oder? Und als ich das dann noch im Service geschafft habe, sind mir zwei Deutsche gekommen und der eine ist so, weißt du, so schön angezogen mit einem Hemmchen und so und er so, das ist ein Markbein, wie funktioniert das? Und ich habe gesagt, klar, das ist ein Markbein, längst geschnitten, kurz ins Wasser, da, da, so. Und er so, also er probiert das. Und ich so, okay. Und das braucht. Und es ist wirklich, es ist so Hit or Miss, immer schon gesehen. Gut oder schlecht. Die einen, die einen wüssten, dass sie es lieben, die anderen wüssten, dass sie es nie erwähnen. Und der ist aber so, ich habe es probiert. Und dann komme ich, es war leer gewesen und ich so, ah, und, wie hat es denn geschmeckt? Und der ist auf dem WC, dann sagt er, ich danke Ihnen für diese Erfahrung, aber ich werde es nie mehr essen. Und ich dachte, das ist die, das ist die netteste Form von, wie scheisse ist das. Ja, und andererseits hat er es ausgewählt. Eben. Und er hat es wirklich, es ist nicht mal sein Fehler, ich glaube, er hat wirklich gefunden, klasse, ich behabe jetzt so einen. Lieber einmal probieren, anstatt nie, so. Unbedingt. Unbedingt. Das gehört schon dazu, aber wenn ich schon, wir haben einmal ein bisschen Leberli probiert und das ist nichts, dann muss ich mir es nicht noch geben. Da reicht mir so Schnipseli in meinem Leben von irgendetwas und dann das ist grusig, das muss ich mir nicht haben. Ein Kollege von mir, den du übrigens auch kennst, oh, jetzt wird es schwierig, so. Da sind wir in Barcelona in einem mega geilen Restaurant, eines von einem absoluten Lieblingsrestaurant, wahrscheinlich weltweit, ja. Und da haben sie irgendwie, haben sie irgendwie in der Tageskarte, haben sie Austern gehabt. Und ich so, geil. Einfach so, ich weiss doch auch nicht mehr, nehmen wir Sex Austern. und dann bin der Kollege so, oh, Austern. Und ich so, komm, ich bestelle sechs, kannst du auch noch zwei, drei haben, super. Und dann kommen die, und dann nimmt er eine und dann macht er und ich denke so, also was ist jetzt mit dir los? Und dann hat er zugegangen, dass er in seinem Leben noch nie Austern gehabt hat und er hat einfach gedacht, er hat es gern, aber er hat in diesem Moment gemerkt, das ist für mich das schlimmste ever. Aber ich bin davon ausgegangen, das auch. Ich habe es gern. Ja, danke, weil er so, oh, Hauerstreut, geil, wahrscheinlich. Nein, der, auch der, ähm, Meeresfrüchte, so, ganz schwierig. Ja. Also so, Krovetten? Krovetten ist super. Krovetten ist, sehr ehrlich. Oh! Meeresinsekte. Krovetten, Krovetten Cocktail, kann ich auch. Avocado inne. Das ist, das ist ein, das ist ein von meinen Staples. Das ist ein von meinen Staples. Aber weißt du, es ist ja ganz viel Cocktailsoße dran. Ja. Also, das war's, das war's Menü. Wenn du zum Beispiel, nein, Pfeffersoße hast du nicht gern. Moi, also gern. Ich einfach nicht gern, wenn ich aufs Pfefferkorn beisse. Okay. Das geht schon an einem vorbei. Aber mit Krovetten Cocktail auf Avocado ist Bombe. Aber du hast es auf Avocado oder es gibt ja ganz einfache Möglichkeit, die Avocado halbieren und dann wo das Loch ist, füllst du es. Richtig. Ja, nicht nur wo das Loch ist, sondern dann hast du noch die Schüssel nebenher dran und dann kannst du immer wieder auf die Avocado tun. Ah, schön. Yes. Hey, all die Labels, die draufgedruckt sind, die kannst du wahrscheinlich rauchen und mein Bruder ist mehr ein Biologe und du kommst schon noch so ein bisschen mit und dann ist es so... Ich bin jetzt aber gespannt, ich bin jetzt gespannt, was dein Bruder sagt, weil ein Kollege von mir... Soll ich mal rufen? Nein, wahrscheinlich weisst du deine Meinung zu dem, weil ein Kollege von mir, wo auch sehr in diesem Business ist, sozusagen, und irgendwie in Kanada schaut, dass irgendwie Lachs wieder mehr in... sich mehr vermehren können und was weiss ich. Auf natürliche Art und Weise oder auf Zucht? Ja, der hat mir gesagt, Essen am besten Zucht. Okay. Lachs. Ich weiss, ich bin nur von Lachs jetzt. Aber auch hat mir gesagt, Wildfang, weil mit dem machst du eben eigentlich den Organismus kaputt, sondern du solltest Zuchtlachs essen anstatt den Wildfang, weil der probieren sie ja natürlich auch wieder zu repopulieren. Also er ist mehr als Biologe hauptsächlich für Hammerhäe und die ist es selbstverständlich nicht, wenn schon essen sie dich. Nein, oder das nicht. Aber es ist... In gewissen Bereichen der Welt kannst du wahrscheinlich ganz gut ein Hammerhäu essen. Mhm. Du darfst mich nie mehr in den Haaren ablicken. Nein, also er hat die Meinung, wie ich esse nur das, was ich selber jage. Oh, okay. Also aber er fischt nicht. Ja. Er geht einfach runter und so, du kennst die Slings, also der Speerfisch, ist so eine... Ja. Also nicht der Harpune, nicht so. Okay. Sondern das ist so ein elastisch, fast wie ein grosses Gummi und das ist so wie ein Skistock und dann spannst du es da hinten. Da hast du es. Also wenn du hier einen Versagen machst, ziehst du es zurück, hast du und dann spickt es da raus. Okay. Also und er ist... Quasi so ein Spider-Man. Ja, ja. Ja. Genau. Das sagt er, er ist einfach nur das, was er selber fängt. Okay. Das ist so... Aber bezüglich Zucht... Also ich bin in Norwegen Ski fahren. Ich wollte schon immer mal Ski und Seil machen. Du bist auf dem Segelboot. Da fährst du halt in die Fjord hinein, weil du ja sonst nicht herkommst mit dem Motto und dann gehst du hoch und runter mit der Ski. Gehst du wieder ins Segelboot und fährst weiter. Und die haben mega viel so Lachs-Zucht. Mhm. Und das ist höchst umstritten. Also auch in der Bevölkerung, die Enten finden halt, ja, es ist unser Wirtschaftszweig. Ja. Wir haben gute Verhältnisse und so und andere sagen einfach so, hey, es ist so... Es ist auch nicht unser Ding, all die Lachs-Farmen, äh, Farmen und... Und das Problem ist ja, in den Panels, wo die sind, einfach, dass die sich nicht Krankheiten übertragen. Mhm. Weil sie so engpfercht sind und dann... Und du hast wieder irgendwelche Kraftfutter, Antibiotika rein und dann ist es so klein... Aber ich finde, eben, ich habe es mega gerne, ich habe es mega gerne, aber ich kaufe es, ich selber kaufe es recht selten, weil ich einfach irgendwie so finde, mhm... Ich habe das Gefühl, ich wüsse, dass sie vielleicht nicht ganz so sauber sind und die Labels drauf da nicht wirklich sind. Auf Labels? Aber wir werden, also, ja, also, irgendetwas giftiges Essen in unserer Zivilisation ja sowieso, also, kommst du nicht drum herum. Das ist so. Das ist so. Also, ja. Ich denke mir, ich denke mir, das ist schon nur, ich denke mir schon nur, wenn ich, wenn ich in einem Supermarkt die Menschen gesehen mit Gemüse und Früchten hantieren, denke ich schon. So wird jetzt auch das eine oder andere. Ah nein, doch nicht. Nehmen wir die andere Gurke. Drum, ja. Ja, natürlich. ja, und andererseits finde ich auch, ich glaube, du machst dich ja verrückt, wenn, ähm, alles wolltest per se richtig machen und nur zu überstehen essen und da, 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 da. Wir sind einfach zu viele Menschen, für die du so produzierst. Und wenn, wenn, und das wäre zu cool, wenn du wirklich selbstversorger, selbstversorger bist. Mhm. Also halt Landwirt oder Gemüsebauer und halt wirklich weißt, du, das ist der Boden und das ist das Düngemittel oder eben nicht Düngemittel oder Hühnermist, die ich brauche. Aber dann kannst du es vielleicht, kannst du es vielleicht, irgendwie so, so clean wie möglich für dich auslegen. Ja. Das wäre auch cool. Wäre mega cool. Ich würde nicht, nicht nein sagen, aber es ist einfach, wenn du in den Supermarkt gehst, ist es halt so, super wie es halt dort ist oder wie es abpflanzt worden ist. Genau. Und dieser Körper, man muss ja gleich auch noch gewisse entgiftige Kapazität haben. Genau. Hat er ja auch, wie wir vom Alkohol wissen. Ein Kind muss ja ein Kilo Dreck essen. Ja. Ja, es ist ja so, Kinder, die zum Beispiel mit Haustieren aufwachsen, sind weniger krank, sagen wir. Also, weil sie einfach halt, ja, da ist irgendwie ein Fehler und der Hund ist jetzt auch nicht der sauberste. Und, ich habe schon ein paar Keime gehabt und so damit. Okay, wann bist du das letzte Mal im Fleischhimmel gewesen, damit wir das noch abschliessen? Das ist schon viel zu lange her, wenn man so lange überlegen muss. Hey, äh, wahrscheinlich an meinem Geburtstag. Oh. 20. März. Ja, muss es 20. März gewesen sein, so dort oben. Weil dort sind wir dann rausgegessen. Schön gegessen. Im, 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 im Ochsen. Nein, im Schützen Steffisburg. Im Schützen, jawohl! Ähm, weil ich ja da noch gut scheine hatte. Und ich war dort schon, bevor ich auf die Welt reise bin. Und, ähm, es hat, es ist echt gut gewesen. Und dort habe ich mit meinem Bruder zusammen, so ein, weiss gar nicht, ein Chateau-Brio gewesen oder so. Und dann bist du, also eben, das ist natürlich top, top. Aber das gibt es, eben, darum sage ich ja, das ist jetzt was, drei Monate her. Das gibt es so, zu speziellen Momente. Sag jetzt mal. Ja. So, wirklich. Aber es gibt immer wieder mal, aber es ist gerade der letzte Moment, wenn ich sage mal, da muss ich mich wirklich daran erinnern. Geil. Ja. Chateau-Brio. Ja. Top, top. Sehr. Aber ich wüsste nicht, ob ich es selber so gut herbekommen würde. Chateau-Brio habe ich mich noch nie angetraut. Es ist wie so, es ist darum so, zum zu machen. Ja, ich weiss nicht wie viel, ich weiß nicht wie viel die Ahnung, wie es der Kilopreise ist, so hartgeil, jetzt habe ich gerade schnell 100 Franken verbraten. Ja, aber es ist, ja, es ist ja wirklich, weil es halt, Chateau-Brio ist ja doppelt Filet. Ja. Und, und, ja, da habe ich mich noch nie angetraut. Ah, du musst das Steigerungspotenzial haben. Ja, also du musst auch haben. Und Pfeffersauce dazunehmen. Aber Chateau-Brio hast du Geld mit Bärnässe. Ja, letztens habe ich mir das Meme geschickt, so, Bärnässe ist glaube ich so weit, weiss auch nicht, die Schmier, weisst du wieso WD40, die Schmiermittel für all das Metall ist, ist Bärnässe die Schmiermittel für die eigentliche Nahrung, die alles mal mit der Soße isst, ist gut. Das stimmt. Und dann siehst du so ein Stuhlbein, was er mit der Soße rein geht. Ja, aber die musst du auch machen können. Also, eine gute Bärnässe ist... Kann ich nicht. Kann ich nicht. Also, du musst nachschauen, wie es geht. Ja. Es ist nicht so schwer, aber es muss halt gleich... Ja, aber ich glaube, generell kochen ist, also, ja, generell kochen ist, wenn du ein gutes Rezept hast und die wirklich an das haltest, bringst du es nicht so schlecht her, glaube ich, aber. Ja. Also, natürlich, abgesehen von jemandem, der mega top ist und so, aber wenn du an das haltest, an die Mengenangaben, es stimmt im Grundsatz wahrscheinlich schon. Im Grundsatz, aber die richtig guten, sagen ich immer, ein Rezept ist nur, ist nur eine Richtlinie. Eine Grundanleitung. Backen musst du nach Rezept. Dort ist jedes Gramm entscheidend. Und auch den Backofen übrigens, habe ich gelernt. Ejohu. Der Backofen ist, also, ich weiss zum Beispiel, ich habe es nie gemessen, aber abgrund von den Sachen, die ich bis jetzt in unserem Backofen gebacken habe, ist, er ist heisser, als du ihn einstellst. Ja. Das musst du wissen. Ja, klar. Sonst kommt es nicht gut. Ja. Darum, glaube ich, koche so viele Spitzenkirche ja gerne mit Gas, weil du das, glaube ich, anders kannst temperieren oder genauer temperieren. Ja. Habe ich mal gehört. Ja. Also, nur hören sagen, gell? Nein, vor allem die alten Kochfelder, wo du auch schon weisst, irgendwie, wenn die Pfanne schon nur ein Drittel dort ist, das ist die richtige Wärme, weisst du, wie heissen die? Ein Kachelofen natürlich. Die Keramikplatte? Nein, noch eins früher noch. Weisst du, wirklich so die Metall, so ein riesen Metallfeld und dann hast du hier heiss und hier heiss. So sind die grossen Kanten die er eigentlich gibt. und dann siehst du wirklich so die richtig guten Köche, die dann sagen, so und dann stelle ich die Pfanne an den Rand. Das dicke Fleischli vorne. da und zack und dann halbst du mal die Pfanne so. Ja, logisch, mein Gas ist das Direkteste. Ich finde, Induktion mittlerweile ist auch, du bist auch recht dort. Aber, musst du kennen. Ja. Also, jede Induktion. ist einfach blöd, weil mit einer normalen Pfanne willst du auf Induktion etwas praten und es dann auch nicht funktioniert. Das habe ich auch schon erlebt. Adapterplatten? Gibt es? Dann legst du nicht die Platte auf die Platte. Ohne Sache. Okay. Ich brauche es für meine kleine Kaffee Bialetti. Brauchst du immer noch Bialetti? Ja. Cool. Ich habe jetzt aber auch eine Induktion, bin ich aber nicht ganz so happy damit. Okay. Wir haben wieder angefangen. Wir sind im Februar in Sardinien im Februar gefunden. Das hat eh niemand. Zum Glück. Das hat auch niemand gehabt. Ja. Das war voll cool gewesen. Und im Camper, wo sie uns vermietete, hat es Bialetti gewesen gehabt. Und wir haben zu Hause Bialetti. Aber wir haben es sehr selten gebraucht. Voll wieder angefangen mit Bialetti machen. Und ich glaube auch, weil mein Grosspapa hat drei so Kaffee-Mahl so alte. Ich weiss gar nicht mehr, wie es heisst. Waffenhaus. Ich weiss nicht, was drauf steht. Ja. Es war wirklich so ein kleines Holzding. Und sie sind zu Hause bei meiner Mutter auf dem Fenstersimst gestanden. Also ich habe eine mitgenommen. Und super. Kaffeemüll. Es ist halt jetzt auch noch so emotional verbunden. Ja, logisch. Die ist so eine kleine Holzige und die ist so eine Einbuchtung so, für die es zwischen den Beinen klemmen kann. Ah, wirklich? Weisst du, das hat zwischen den Opschenken. Ach so, geil. Grossartig. Aber dort habe ich einfach zwei, drei Tutorials geguckt auf YouTube, dass ich wieder weiss, wie es richtig macht. Ja. So, und es ist, es steckt doch noch mehr dahinter. Also weisst, früher hast du echt Bialetti drauf, und dann fährt so versabbern. In sich ist es auch eine kleine Wissenschaft. Ja, und dann musst du es schnell abnehmen und unter kaltem Wasser und... Also, das war wahrscheinlich eins von meinen Vielgutes. Der Duft von fertig gekochtem Bialetti-Kaffee, wo wirklich so die ganze Wohnung schnell anfängt. Das war eins von meinen. Da ist sie wieder mal, die überraschende Unterbrechung mitten in der Folge. Ganz kurze Info für die, die es noch nicht gehört haben oder nicht wollen wollen. Mein aktueller Programm Zero hat nochmal ein paar Tourtermine. Die meisten sind auch schon im Vorverkauf. Jetzt auf www.joel-von-mutzen-becher.ch Ganz tolle Support-Acts dabei. Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, Josep Rizza und Teddy Hall. Also, geht schnell jetzt Tickets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann! So, aber wir kommen zu deinem vierten. Nach dem Fleischhimmel. Nach dem Fleischhimmel. Wir bleiben jetzt bei Nahrung. Und zwar, wie du mir gesagt hast, das Konzept und so fünf und das darf eigentlich alles Feelgut sein. Und ich mir gestern gelegt habe, irgendwie ein bisschen Kindheit zurück. Und wir sagen, das ist eigentlich auch ein Feelgut, das ich schon lange nicht mehr gehabt habe und eigentlich wieder mal machen musste. Wenn du auf dem Land verwachst, gehst du teilweise beim Bauern gleich Milch holen. Es gibt die Milchautomaten. Du ziehst rein und unten die Glasflaschen. Und wenn die dann im Kühlschrank steht, Tag zwei, setzt es sich ein bisschen ab. Oben hast du den rahmigen Anteil und unten den milchigen Anteil. Und dann der erste Gurtsch von dieser Milch über die Kellogs, die grünen mit dem Bär vorne drauf, aber ich weiss nicht mehr, wie sie heissen, die Schocke Halbmündchen. Schokos. Schokos. Ja. Und der erste Schluck von diesem rahmigen Anteil auf die Schokke Cornflakes als Kind, das war das Beste. Ja. So, so das rahmige Schokke Geschmack zum Zmorgen. Boah, das ist schon viel gut. Und ich glaube, ich weiss nicht, wo bei mir das Kind sein aufhört, ich sage immer, ich möchte eigentlich immer Kind bleiben, aber zumindest in der Ernährung habe ich mich am Morgen schon nicht mehr so kindlich gefühlt. Darum gibt es es nicht mehr. Und darum, aber das ist schon grossig. Und ich habe jetzt das Problem, die Milch würde sich ja nicht mehr, also der rahmige Anteil würde sich nicht mehr oben absetzen, weil jetzt kaufe ich die Milch halt ganz normal im Laden. Weisst du, aber weisst du, welche das hat? Die Demeter-Milch. Ja, aber Demeter-Milch ist natürlich auch topklasse. Und die hat genau das. Okay. Muss ich Demeter-Milch kaufen? Ja. Die ist, also... Die ist weltklasse. Ja. Also weisst du, grundsätzlich finde ich es eh mega etwas Cooles, wenn du eigentlich direkt zum Bauern gehst. Mhm. Also, einfach weil es Sinn macht und weil der Bauern das ganze Geld sieht. Oder der Landwirt das ganze Geld sieht. Ja. Ich war mal recht schockiert und ich glaube, es gab mal einen Beitrag, einen Kassensturz und so, weisst du, die Labels, Bio, IP Suisse und, und, und. Und wie wenig, also wie viel grösser der Aufwand ist für Bio zu produzieren und wie wenig von dem finanziell aber letztendlich an Landwirte zurückgeht, sondern einfach viel mehr Marketingabteilung bei den Grossverteilerlanden. Mhm. Und dann finde ich eben so, Milch doch direkt gehst, das ist super. Ja. Aber, eben, schon auf Ausserplatz. Wo? Bitte? Wie? So. Drum, aber ja, das ist das Feelgood aus der Vergangenheit, wo ich gefunden habe, das Style hier, das ist etwas, was man, ich glaube, wo, vielleicht sollte man immer wieder mal mehr so zurückgehen, was es eigentlich cool gewesen als Kind. Das Schöne ist, dass man sich das ja nicht mehr punktuell kann man sich das geben. Ich bin mega dankbar, dass du mir, weisst du, wirklich feelgood Momente, das gibt ja viele Sachen, die du cool findest, oder die du gut fühlst, also wirklich, wo du so wirklich sagst, hey, doch, das ist so ein, dann ist es eben, sagen wir, ein Flow-Moment, du bist voll bei dir und es ist einfach grossartig, dann, das ist ja nicht, und dann fassst du über das anfangen, nachzudenken. Ich kenne das mit so Kellogs-Zeugs, so einmal im Jahr, kauf ich eine Packung, äh, Fruit Loops zum Beispiel, mhm, oder, ja, Schokos sind auch geil, weil Schokos ist ja dann, eben die Milch, nachher. Ah, die ist natürlich auch Schokki, das ist eigentlich, wie ich noch Schokki nennen. Das Einzige bei den Schokos ist, weil sie zu hart sind. Nein, sie müssen ein bisschen aufgeweicht sein. Jaja, aber wenn sie zu hart sind, und du beisst sie auf, dann hast du irgendwie, ja, ein Loch oben im Gaumen, und es ist vielleicht so ein Zeugung. Aber Schokos musst du ja eigentlich, ganz, musst du sie zuerst ein bisschen lassen. Ja, aber sie müssen schon noch ein bisschen knackig sein. Damit sie sowieso, wie eigentlich wie ein Risotto. Ah, nein, so. Doch, das ist ja, ja, das ist schon so, dass sie, oder sagen wir, also wie ein, wie ein, doch, eigentlich wie ein Risotto. Wie ein Risotto. Ja, aber halt ein gutes Risotto. Mach mal ein Schokos Risotto. Einfach das, aussen, aussen sind sie schon ein bisschen weich, und innen sind sie noch ein bisschen. Das ist perfekt. Und, das Problem ist natürlich auch das Erwachsenen, als Kind hast du irgendwie eine Schüssel gegessen, und dann hat irgendjemand gesagt, jetzt ist ja gut, oder? Und das Erwachsene, das ist einfach in einem oben, das ist einfach das ganze Packchen gegessen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Darum, eben, man muss sich ja dann selber zügeln. Mhm. Und darum kaufe ich es ja nur einmal im Jahr. Das Gleiche mit, zum Beispiel, ich finde eben auch Crunchy Nut habe ich immer geil gefunden. Crunchy Nut ist das von Ovo? Oder was ist das? Nein, das ist halt Kellogs. Das sind eigentlich Cornflakes, die aber noch Honig und so Mandelstücke haben. Okay. Und, äh, Crunchy Nut, sagt man gar nicht. Und diese Special K sind auch der Shit. Special K findest du gut? Ja. Voll geil. Sie sind fast zu normal. Eben, aber lieber als normale Cornflakes. Ja, okay. Weißt du? Und dummerweise denkst du, ja, das sind ja nicht so süss, ich mach etwas gesundes. Und ich weiss, welche mega gut sie gewesen sind. Und die hat es nie gross gegeben. Es hat doch die Packung auch so, so kleine... Ja, die Achterpackung. Und eine von den Achterpackungen hat so die Honigbäuelchen gehabt. Miellpops. Honeypops. Aber, ich weiss, die gibt es nicht gross. Die habe ich eigentlich nie. Die gibt es nicht gross. Dort habe ich, als Kind, habe ich immer eins genommen und dann habe ich es so mit der Zunge so an den Gäumen gedrückt. Du hast es in die Nase übersteckt. Nein, ich habe es mir so mit der Zunge an den Gäumen gedrückt, dass es dann so, hast du so wie gezogen, dass dann am Schluss, da sind sie, schau mal. Jetzt heisst sie Honeypops. Aber ich glaube nicht, dass es die Gras gibt. Doch, doch. Kannst du mal, kannst du mal, und, sollte ich auch, kannst du mal dir die ganzen Dings gehen, oder so ein kleines Päckchen, weil das sind nicht die. Es gibt, ich glaube, ich bin überzeugt bis heute, dass es gibt es ein, ein Päckchen, das ich nur klein mache. Was ich nicht begreifen, weil ich glaube, der Absatz wäre viel grösser, wenn ich es grösser mache. Die hatte ich auch in Gross, aber man hat sie nicht oft gefunden. Hm. Es gibt, ich muss mal schauen, aber vielleicht finden wir es noch aus dem, Da steht ein Paxi. Ja. Da. Kannst du mal eingeben, das Achterpäckchen, oder den kann man einfach, Das ist ein Gramm, oder? Nein, 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 gib mal die Kellogg's Achterpäck. Kids. Ja, der hat jetzt, Variety, Kellogg's Variety, so, schau jetzt mal. Aber da siehst du, das ist, machen wir auch hart Werbung jetzt für die. Kellogg's, I love Kellogg's übrigens, schickt gerne etwas, machen Sponsoring, ohne Problem. Ich hatte schon gerne ein Raclette-Öffeli und übrigens auch wieder mal so ein Achterpack. Und jetzt, Achtung, Werbung für den Teufel, aber sinne meine ist sie nicht geil. Ja, das sind sie in der Tat. Nein, 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 wieso gehst du jetzt zu dem? Zeig jetzt mal das Achterpack. Aber im Achterpack sind nicht alle Dings drauf. Du musst ja irgendeinem, irgendeinem muss ja stehen, was alles drin ist. Glucosesirup, auch sehr gesund. Sicher. Alles oder drin? Das finde ich auch grossartig, bei all diesen Zero-Calorie-Drinks. Das ist nichts wie Acesulfam, K, Sucralose. Steht jetzt hier, wie viele Welle drin sind? Nein, da steht nicht da Zutaten, nein. Und wenn du mal ein Bildchen googlst, einfach auf Bildergeist bei Google, auf Gross. Ich glaube, es sind nicht Tannipops. Spannend. Doch, vielleicht siehst du... Ja, geh jetzt mal... Nein, 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 geh zurück. Jetzt gehst du mal runter. So, und schau jetzt, bleib auf dieser Linie, weil dort rechts haben wir andere Bilder als links, oder? Ja, aber rechts hast du Chocopops. Ah. Vielleicht sind es Tannipops im Fall. Es sind jetzt, hörst du. Ja, weil du hast in dem Achterpack hast du gehabt, da... Also, schau hier, Smacks. Ja. Wir zählen jetzt alle auf, Achtung. Noch mehr Werbung, noch mehr Werbung. Smacks, Frosties, Schokos, dann die Schoko Krispies. Ja, die kleinen. Dann die, die du nie hast wählen, die blöden Rice Krispies. Ja. Hast du nie wählen. Ja, nein, die sind einfach... So, dann haben wir noch... Dann hast du die Honeydings. Crunchy Nut, Mielpops. Ja, und die normalen. Habe ich dir noch nicht gesagt? Nein, ich glaube nicht. Da, Schatz! Also, Honey... Einmal Honeypops, zwei Frosties, zwei Cornflakes. Du hast nur einiges Honeypops. Und alles andere zweimal. Die gibt es auch gross. Oh, komm, bestellen sie auf Amazon für 25 Euro. Yes, bitte, gerade fünf im Warenkorb. Drei Kilo. Ja. Und jetzt Achtung, bei Kellogg's, alle die Kopien gehen einfach nicht. Für das bin ich weit wenig mittlerweile Cornflakes addicted. anscheinend sind sie besser geworden, aber ich weiss noch, als Kind, wenn es mal irgendwie geheißen hat, wir haben jetzt halt, wir haben ja mal im Elsass gewohnt, dann gehst du irgendwie in den Supermarché und dann hat es das dort nicht. Ja, wir haben jetzt halt die von dem... Noc... Nein. Das ist nur... Das ist zwar man zu heute kann, das will ich nicht. Ja, aber wirklich, einfach so ein Fünfjähriger, nein, das kann ich da als WC drab spielen, das ist besser. Also wirklich, einfach so... Das will ich nicht. Hey, brauchst du das Original. Und die hat es nie gehabt, am 8. Pack, Fruit Loops. Hat es auch lange nicht gehalten in der Schweiz. Nein, nein. Fruit Loops ist das geilste. Die, die violette. Ja, aber die Nerven schon wieder zu... Für mich sind es so... zu... weißt du... farbig, zuckerig. Es ist wie so, du kannst es wie nicht mehr zuordnen. Es ist einfach zu kürt. Es ist pures Gift. Also wie alles übrigens pures Gift. Ah, schau auf Etsy. Oh Gott. Okay. Aber ja, das ist im Fall erinnern, was ich finde, es ist mega... Ich glaube, ich mache es am Sonntagmorgen. Ja. Sonntagmorgen ist eigentlich für mich auch immer so, unabhängig davon, ob ich arbeite, ausser ich arbeite wirklich früh, was es sehr selten gibt, weil aus dem Schwingfest fällt glaube ich nichts am Morgen früh an und Skirennen, aber die starten auch nicht am 6. am Morgen. Und dann ist es wirklich Sonntagmorgen für mich so, das Morgen, das anders ist als die anderen Wochentage. Das ist lustig, das ist bei mir auch so. Aber es ist auch aus Kids-Zeiten oder Papa hat am Sonntag frei gehabt, hat nicht müssen arbeiten müssen. Am Morgen hatte es einfach Zeit. Das ist schon noch so. Ich gebe mir jetzt auch ab und zu das Kind zurück, indem ich am Sonntag Zopf und dann mache ich Milchtee, wie ich es als Kind hatte. Milchtee? Es ist ganz wierterlich. Also Milch und? Du machst einfach Schwarztee. Ah, da ist Milch drin. Milch und so unglaublich viel Zucker. Und danach nehme ich wieder Zopf und jetzt Achtung, ein paar Menschen werden jetzt verkehren. Und dann mache ich Butter und entweder Golfi oder Honig und das dann in den Milchtee, in den warmen oder noch heissen Milchtee reingedunkeln. Tolles Wort. Milchtee reingedunkeln? Das hat ja gar nichts mit abdunkeln zu tun. Nein, reingedunkeln, sorry. Das mit Zucker ist ganz viel Zucker drin. Wir hatten eine Phase und wachst auf mit älteren und jüngeren Brüten. Ich habe einfach noch ein Zucker mehr reingedunkeln und dann war ich im Restaurant und war acht Würfel Zucker im Hagenboot. So. Cool. Und die jüngeren Brüten haben es noch besser gefunden. Ich habe dafür noch mehr Zitronensaft reingedunkeln. So. Gut. Ja. Nein, das mache ich nicht am Sonntagmorgen. Aber was mega angefangen hat, vom Schaffhausenplatz, also vom Kaffeeschnaps zu dem Schaffhausenplatz, das sind 100 Meter, jetzt ein Bekreide macht Maisgipfeli. Und die sind aus Maismehl gemacht, die sind innen auch wirklich gelblicher. Das ist jetzt so Sonntagmorgen trott. Das ist super. Das ist wirklich Maisgipfeli, ja. Und Pancakes habe ich früher gemacht, aber ja, auch nicht mehr so. Ja, kommt sich sehr auf Zeit, Lust und Laune darauf an. Maisgipfeli. Da, Steiner. Krass. Grossartig. Okay, und die sind aber auch süß. Also süß, das ist mal wie ein Gipfeli. Ja. Also so eine Süße, die halt Gipfeli. Ja, ja. Okay, und auch viel Butter? Binnen wahrscheinlich schon. Es ist auch recht schwer für einen Gipfeli. Es ist schwerer als und wenn wir schon bei Sachen sind, wie du sagst, vielleicht ist es etwas, ich probiere mal die Milchtee aus, kennst du Honigtank? Nein. Honigtank ist so, du nimmst gleich viel Honig wie Butter und manchst es einfach so ineinander rein mit dem Messer. Ah, das ist quasi bei mir das, was ich auf dem Zapf habe. Ja, aber du hast es geschichtet. Du hast zuerst Butter und dann Honigt. Ich tue es eben schon noch ein bisschen vermischen. Das ist so etwas, das viele Leute auch nicht wenn du es so machst, das macht es ist ja auch Zucker und Fett in deinem Hirn. Jihau! Gibt es auch für Blitze? Ja, genau. Es ist abartig. Ja. Aber das ist so Feelgood Nummer vier. Vier, man ist gesehen. Vier. Somit kommen wir zu Feelgood fünf, das Letzte. Das, was wir eigentlich jetzt machen, ohne die Schleimung. Ich habe mir gestern überlegt, was sind noch so Momente, die cool sind. Leute, die du triffst, aber nicht immer viel Kontakt hast, oder nicht regelmässig, aber wie so merkst du, es funktioniert noch. Oder die Person ist eigentlich eine coole Socke, aber du siehst einander viel zu wenig und vielleicht macht es aber auch genau das aus. Weisst, und dann siehst einander und sagst so, der ist einfach so ein sympathischer Mann. Das ist so ein Gemütsmoor. Mit diesem Fakt ist es mega. Und dann ist es so das Treffen, das auch relativ befriedigt gehst, im Sinne von das ist voll cool, das hat mega funktioniert, hast einander wieder gesehen und irgendwie gehst mit einem mega guten Gefühl hey. Das ist lustig. generell ist das aber ich glaube in deinem Moment finde es immer mega spannend du siehst wieder mal jemand den länger nicht gesehen und denkst so hey warum trifft man so nicht mehr ist voll gemütlich war ist wirklich lustig dass du das sagst weil bei dir kann ich das überhaupt nicht was das ist mühsam mit dem hey solt die mon lade jene klasse der ist mühsam ich habe eine Woche nicht gepennt weil ich dachte fuck ich muss daheim bei whatsapp durch gemerkt was hast du kennengelernt so ja nein das war nicht du wichs sowieso nein das nicht mit dem komme ich klar mit dem komme ich klar jetzt ganz ernsthaft wir haben lange lange nicht gesehen bevor wir dann in meinem büro sind kurz mittag gegessen weisst du das noch dein büro ja wo ich noch büro gehabt aber welches büro in basen ja sind wir ins büro kurz mittag gegessen so ja bei mr wong futter holen mr wong gibt's ja das ist eine institution wahrscheinlich aber ich glaube nicht für die richtigen gründe du meinst nicht hinter dran als vorhänge nein nein schon mit dem assen verbunden aber sorgt für falsche erinnerungen aber ich liebe es wenn es richtig trakig will haben dann gibt's mal mr wong aber das weiss ich noch das hat wirklich das ist genau so das viel gute ding das hat mir so gut getan das hat mir so gut getan die dort zu sehen weil was ja wirklich für mich zumindest was passiert mit zunahmendem alter nicht dass wir jetzt schon mega alt sind aber merke ich auch bei Leuten in Umfeld mir gegenüber es passiert so viel in deinem leben und was einfach so ein mega gutes gefühl gibt ist Menschen zu sehen die einen schon lange kennen weil aber auch nicht den Anspruch haben sie kennen dich mega gut weisst du jetzt man vom wissen was in deinem Leben abgeht das ist egal sie kennen deine Essenz klingt so blöd aber man kennt sich schon lange und das gibt eine andere verbundenheit weil einfach ohne zu wissen was alles abgehen im leben viel mehr so den mensch an sich gesehen spüren zum so 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 die es es zu den wörter zu sagen das du realisierst es ja in dem moment so ah der ist ja voll cool ja und ich hab durch das auch tolle Freundschaften aufgebaut mit Leuten, die ich zum Teil schon seit 15 Jahren kenne, aber wo man dann halt eben so, man hat sich einfach so gekannt. Und einfach dann, weil eben so viel passiert ist, wenn jemand im Umfeld, der jetzt zum Beispiel wirklich sehr, sehr bekannt ist, oder so, wo einfach Menschen, die man dann kennenlernt, schwieriger so eine Connection überhaupt aufzubauen. Ja, es passiert halt mega viel. Weil sie kennen, ja, und sie kennen die Person dann auch schon von etwas anderem, das heisst, sie haben schon ein Bild und danach kommen, auf einmal so Leute kommen dann zu einem, weil sie sagen, du kennst mich halt schon, bevor das alles passiert ist, oder? Und das ist, also es ist mega, es ist mega schön. Du kennst mich noch als armen Schlucker, als untalentierten Radiomoderator. Ja, und darum finde ich schön, dass wir jetzt so eine gute Freundschaft haben. Ja, nein, aber es ist wirklich, es ist, ich glaube, es lebt von dem. Es ist, ich glaube, es, ich glaube auch, man kann jetzt zwei Wochen bis jeden zwei Tag uns sehen. Und vielleicht hätten wir dann auch zu viel voneinander, ich weiss es nicht. Aber, aber ich glaube, das wird auch funktionieren. Zehn Minuten. Ja, das Vielgeld Nummer 5 war ein bisschen schlimmig, ich weiss. Es ist lieber noch ein Berg, das hätte gut mehr gehabt. Dort habe ich genug gehabt. Nein. Nein, das ist, das ist wirklich, und es passiert, es passiert halt auch gleich nicht so oft. Und du musst dich anstrengen, also darum hast du mich ja ein bisschen da her geprügelt. Also geprügelt, nicht, weil ich nicht da gekommen wollte, sondern eins von diesen Daten, oder so. Ja, aber welches Datum jetzt? Es braucht immer ein F4, es braucht immer ein F4 trotzdem, aber es braucht es glaube in unserem Alter sowieso braucht es ein F4. Du wolltest, musst du dir die Zeit nehmen, die Personen auch zu sehen. Und für das ist, der Podcast ist wirklich noch gut. Das ist keine Scheisse. Hey, mache meine Kollegen wiederum gesehen, wie mache ich das? Ja, aber es hat so einen Tweet gegeben, ich weiss nicht, von wem, ich sage jetzt Elhot so, aber irgendein bekannten Tweet-Mensch, Ex-Mensch, ja, wo geschrieben hat, Freundschaften bedauht es ab 30, sich im Podcast einzuladen. Sich im Podcast einzusetzen. Sich über das Leben philosophieren. Genau, weil es schwierig ist, sich einen Termin festzulegen, wo man sagt, da, dann, wir sehen uns, oder? Und eben, klar, es passiert mega viel, man gründet Familie, man hat einen strengen Job, man hat sonst schon private Verpflichtungen, dass man dann sagt, man muss noch irgendeinem... Ja, das Müsse ist wie das falsche Wort. Es muss dann halt einfach dann... Man muss noch irgendeinem Fenster finden, ist superschwierig. Und mit einem Podcast ist es einfach so... Ja, eben, komm jetzt endlich. Komm jetzt, ey, fülle das Scheiss-Doodle aus. Nein, und hörst du, es gibt auch, es gibt wie so, wie sagen wir es, so Nische-Menschen. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich angefangen habe, Skitüren, ähm, ähm, der Leo, ähm, ist auch in dem Skitourenlager gewesen, und er ist ein richtig guter Kletterer und so, ähm, darf aber, glaube ich auch sagen, er ist nicht ganz so gut auf der Skie wie ich unterwegs, aber es ergänzt sich hervorragende Berge. Und ich sehe ihn im Winter dreimal, wir machen dreimal zusammen eine Skitour, das ist ein super Tag. Ja. Und zwischendurch haben wir eigentlich nicht viel Berührungspunkte. Also abgesehen von dem, dass du wahrscheinlich den gleichen Mainz, du hast gerne in den Bergen, bist du und, und, und. Aber, aber das ist jetzt mal cool. Ja. Oder, und das braucht es, das ist eigentlich mega gut. Also, es gibt auch, es gibt Leute, die ich glaube nur im Winter und im Sommer nicht gesehen. Ja. So. Das stört aber beide Seiten wie nicht. Also weisst, es ist ja dann blöd, wenn du denkst, er kommt hier, das ist wie cool, wenn, wie beide Seiten mit dem, völlig okay sein. Das habe ich zum Beispiel an der Fasnacht, ist das so? Ja, wahrscheinlich auch. In der Clique. Ja. Leute, wo du einfach wirklich nur nur an der Fasnacht siehst. Und, und für alle ist es ja klar, man sagt dann so, bis zur nächsten Fasnacht. Na gut, dann ist es dann natürlich auch vier Tage hochdosiert, oder? Du musst, aber du musst nicht, weisst, du musst nicht das Gefühl haben, eben etwas zu erzwingen oder eben zu müssen oder so. Ja, wäre doch toll, wenn man sich sonst mal noch sieht. Weisst du, vergiss das. Es ist wirklich einfach, für diesen Moment, dort ist es sensationell, super, dass man sich sieht und macht Freude. Und da habe ich auch, habe ich auch gemerkt, dass ich wahrscheinlich nie wird, nur Solo Comedy-Auftritt machen. Wenn es eine Mixed-Show, wenn es eine Mixed-Show, also klar, auf Tour habe ich eh schon Leute dabei, aber das sind ja plus minus die gleichen, aber eine Mixed-Show muss immer irgendwie drinnen liegen, weil ich mich einfach wahnsinnig freue, gewisse Leute zu sehen. Und man hat diese Verbundenheit, ist jetzt nicht so, dass man alle zwei Wochen kurz nachessen würde. Es ist auch mega schwierig, überhaupt sich sonst mal zu sehen. Und wenn das der Fall ist, ist es ja auch schön. Genau. Aber es sind nicht per se die Momente. Jetzt habe ich einen Gig im Baden gehabt, wo eine grosse Mixed-Show war. Und du siehst auch ein paar Leute, die du sagst, so geil, dass wir uns wieder sehen. Gut, und das finde ich noch lustig, euch, sagen wir mal, Comedians, das Lustigste glaube ich auch für eine Zuschauer, wenn es euch selber auf der Bühne fast abeinander verjagt. Und in dem Moment denkst du vielleicht, also du würdest, ich bin nie in dieser Situation gewesen, aber wenn du eigentlich ab dir und ab dem anderen fast zu Boden gehst und du lachst gar nicht unbedingt, du willst auch noch 300, 400 Leute sitzen oder findest den Witz gut, sondern du kannst einfach nicht mehr ab dem Moment. Und das ist ja natürlich enorm feel-good. Also weisst du, das passt ja dann zusammen. Weisst du, was etwas vom Geilsten ist? Einfach die Mixed-Show oder im Publikum wie auch immer sind viele andere Comedians und du machst auf der Bühne einen, der quasi nur für die ist. Das ist etwas vom Geilsten. Das ist eine Insider-Joke. Ich habe an der Premiere wirklich viel aus der Comedy-Szene gehört, was mich sehr gefreut hat. Und an der Premiere habe ich schon gewusst, ich glaube, zwei habe ich mit ihnen gehabt. Und ich habe sie gefunden, die mache ich nur heute und die sind eigentlich auch nur für diese Leute hier. Und es ist so geil, als ich dann eigentlich schon nur angefangen habe. Einfach so eine Ecke, wo alle sich so füren schmeissen und durch das dann wirklich auch der ganze Raum lachen, obwohl sie keine Ahnung haben, was jetzt der Joke per se genau bedeutet. Sie haben wirklich gefunden, okay, es ist noch lustig, was sie jetzt gerade erzählt, aber es hat noch eine zweite Ebene, wo sie keine Ahnung haben. Und das ist etwas vom Geilsten. Das ist wirklich... Genau, das braucht es auch. Wenn du nur allein wirst, denkst du, okay, voll geil, es waren ein paar Leute da und sie lachen und eine schöne Connection und es hat funktioniert, was super ist, aber nur das wäre auch schade. Ja, wenn du hast, du hast eine gewisse Sterilität drin, oder nicht? Ja, das wüsste ich nicht einmal. Oder es ist ein gewisses Etwas. Der Punkt ist, du kannst deine Erfahrung mit niemandem teilen. Ja. Ja. Das ist eigentlich. Ja. Ich glaube, das ist eh noch, das habe ich gemerkt beim Reisen. Also, ähm, man ist schon am Anfang, du wolltest noch ein bisschen durchsetzen, du bist auch mega gut da mit mir und ich auch lange allein mit mir und gleich ist die Momente, wo du näher weisen denkst, ah, das wäre jetzt cool mit jemandem zu teilen. Es bleibt schon länger. Ja. Es bleibt. Und andererseits kommt immer dazu, es ist wie so, weil du so ein bisschen Psycho bist, ist es so ein schwieriges mit jemandem zu teilen, weil wahrscheinlich noch gar niemand mehr mitkommen. So. Aber ja, das hat die andere, andere Würge. Es hilft dir eben, glaube ich, so schöne Momente sein, wo du für dich geniessest, hilft es dir eben, glaube ich, wenn jemand zu zweit und da ist, dass es nicht so der, so das Ding, so der, der ein bisschen Druck, oder eben so, das sollst du jetzt geniessen. wenn du geniessest, wenn du es mit jemandem zusammen bist. Ja. Kommt wahrscheinlich natürlicher als so, Ja. Ah, jetzt bin ich in einem mega schönen Ort, da, so ein Untergang, ah, cool, ja, super schön. Das musst du jetzt geniessen. Ja, das finde ich ja, das finde ich ja etwas, eh, mega Spannendes, dass du dann da bist und denkst so, das sollte ich eigentlich jetzt geniessen, aber irgendwie holt es die Uhr nicht raus. Die Aussenperspektive. Ja. Das ist lustig, weil das habe ich, das habe ich bei Sachen, wo mir passieren, habe ich das viel mehr, das Gefühl von, ah, ich sollte jetzt das geniessen, als zum Beispiel, wenn ich, äh, an einen Konzert gehe und ich gehe allein. Das ist auch schon passiert. Mhm. Dann kann ich es viel mehr geniessen, als wenn ich jemanden mitnehme, weil oft ist es ja, gewisse Sachen, sagst du so, keine Ahnung, du und ich finde jetzt eine Band geil, sag mal, komm, wir gehen an das Konzert. Super. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Band mega geil finde und die interessiert sie nicht so und ich sage, kommst du mit? Dann habe ich schon ein Verantwortungsgefühl, fuck, hoffentlich findet sie den Mevian auch geil. Ah, gefällt es mir auch so fest wie mir. Und dann bin ich lieber allein, wenn ich so finde, fuck, das ist nur für mich. Weißt du? Super. Soll ja teilweise nur für dich sein. Das habe ich gehabt, weißt du, zum Beispiel, wo ich Conan bin zu schauen. Ja. Und mein Conan ist einer von einem grossen Helden. Hast du das Poster noch? Da ist ein Poster hinten an deinem Sofa. Ja, ich habe es vielleicht noch in irgendeiner Rolle, aber, ähm, also es hängt auf jeden Fall nicht mehr. Okay. Ah, nein, weißt du, wo ich es habe? Ganz gut. Ich habe es hinterm einten Bild. Ah, es ist wie hinten dran. Ja. Also, und ich bin drei Mal live geschaut. Und beim ersten Mal ist ein Kollege und seine damals Verlobte mitgekommen. Und er hatte keine Ahnung hatte, wer der Conan ist und sie Will von L.A. Nein, hat gewusst, wer er ist. Das heißt, sie hat so wie drei Abstufungen gehabt. Sie hat so gefunden, ich kenne ihn, finde ihn okay, ich liebe ihn und der andere so, wer ist das? Ah, das ist nicht der Jimmy Fallen. Weißt du, das ist nicht der Kunst. Und zwei Wochen später waren andere zwei mitgekommen, die aber dann kurzfristig nicht konnten. Dann bin ich halt alleine gegangen. Und ich habe die Zeit von meinem Leben gehabt. Aber wirklich, ich habe so fucking Freude gehabt. Es war so geil. Und dort habe ich es gemerkt, ich dachte, gewisse Sachen kannst du wirklich einfach für dich machen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass du vielleicht im Unterbewusstsein auch die Person mitnimmt, so fühlt wie du. Eben. Und das ist gar nicht möglich. Und vielleicht fühlt sie es nicht so. Und dann denkst du, wie sie alle sagen, dann jetzt beim Zeltchen zum Beispiel Leute, die das nicht geil finden, mit dem Zelt draussen zu übernachten. Und dann bist du im ersten Moment mega enttäuscht, dass jemand es nicht so cool findet wie du. Und es ist nicht beleidigend. Das würde ich nicht sagen, das macht dich wie traurig, weil du denkst, warum fühlst du das nicht? Das ist das Beste. Ja. Ein bisschen Trockenfutter essen und die Füsse abfrieren, aber in der Natur sein und das mega fühlen. Warum fühlst du das nicht? Weisst du, das, das, ja. Und dann, eben, dann geniessest du lieber für dich allein. Definitiv. Also, mich würdest du nicht, mich würdest du nicht mitnehmen zum Zeltchen. Mäh. Eben, siehst du, das ist jetzt das. Nein, das mache ich im Fall, ich würde mega gerne, glaube auch, Leuten etwas zeigen. Ja. Und hoffen, dass die Begeisterung springt. Aber ich kann mega schlecht akzeptieren, dass die Begeisterung nicht springt. Ja, ja, ja. Das ist ganz, also es ist wie so, du möchtest ja, dass sie sie so cool findet und so. Und du bist voll so, yeah, cool, schau da, das und das und da und dort kannst du das Hebeli drehen oder weisst du, das ist noch ein Tipp, dass die Feuer besser brennt, fast auch immer. Und dann so, pff, mir doch gleich, Hauptsache es gibt etwas zu essen. Warum? Ja. Ja. Alright. Ich habe ja gesagt, ich habe eine Bingo-Karte gemacht. Ja, das sind meine Wunder. Äh, zwei von fünf. Uh. Ja. Die ersten zwei. Also nicht ganz spezifisch, aber ich habe gewusst, irgendetwas Berg, Ski-Gipfel, so. Es sind meine Wunder, welche drei, dass du dir das Sinn hast. Ja, eine habe ich mir noch offen gelassen. Wann ich? Ich habe gedacht, ich habe gedacht, eine ist spezifisch mit dem Reisen verbunden, weil der acht Monate. Sehr, sehr, aber ich glaube, das sind so die Überkategorien, so das Abenteuer. Ja. Oder das, 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 wo du irgendwie das Gefühl hast, du bist nach am Leben oder, oder so nach der Natur. Ja. So, das ist, ja, das, ja. Hey, ich reise mega gerne, also es hat, hat wie nichts, hat wie in dem Sinn nicht abgerucht, oder so. Nein, nein, aber ich habe gedacht, das wäre noch etwas, und dann habe ich gedacht, irgendwie noch Gölé oder irgend sowas. Gölé? Ja, ich weiss doch nicht. Schleifes. Also, wobei, halt. So etwas Left Brain. Halt. Halt. Also, die ersten drei CDs vom Gölé. Siehst du? Sie sind die Weltkosten. Siehst du? Ja, gewiss ja. Aber jetzt komm jetzt, du kannst dich nicht schlecht finden. Nein, aber schau, als Basler bist du einfach nicht so verbunden mit dir. Ja, ja. Also, ich muss sagen, ich bin mega viel Mundartmusik aufgewachsen. Ja. Also, mein Papa, wir haben, das ist ein bekanntes Mundartsenger. Nein, nein, das ist nicht der Peter Reber. Nein, aber wir haben gelöst Zürich West, Baden-Tochsner, Blüsch, lustige Riefe. Spannend, Zürich West und Baden-Tochsner. Ja, ich weiss, nein, es hat es beides gegeben. Ja. Ich weiss gar nicht, habe ich es schon nicht. Nein, es gibt ein Lied, es ist echt Schmochito, wo es darum geht, dass der Kuno hat zwei Mädchen zu Hause. Ja. Und eins ist irgendwie noch halb da und das andere ist nicht mehr unter dem Tisch oder so oder ist eben unter dem Tisch und du hörst es so als ein Zehnjähriger. Ja. Und du kommst nicht raus. Warum hat er zwei Mädchen zu Hause? Und du denkst, was läuft, das ist doch gar kein Problem, dass er zwei Mädchen zu Hause hat. Weisst du, so im Kindlichen, ja, hast du zwei Mädchen eingeladen? Und jetzt hörst du es so, aha, aha, cool, jetzt habe ich es geschafft. Nein, aber das hat der Vorrang gefunkt nicht, Stefan Eicher, Kaparis Oda war langes Einschlaflied. Peter Reber ist dann wieder aufgeflammt. Lustig ist, wenn ich bei Radio Beo angefangen zu arbeiten ist, es ist ein Insider-Bordel, so, grüne Bananen. Die Frost, grüne Bananen. Ja, genau. Das ist ja. Nein, das ist schon, also Mund, hey, Bläsch, aber nur die erste, dann das Cream. Das Cream gibt es nicht mehr. Ich glaube, er ist mittlerweile, ist er nicht einer von den Halunken, also der Mann logischerweise, ich glaube, ein Screen Match, der Leadsang beim Screen. Ah. Mask gibt es, glaube ich, auch noch, hat es auch noch gegeben. Ja, Mask. Sorry, Subsonic. Subsonic. Hast du es gut gefunden? Ja. Hey, und ich habe die Zähne auch noch. Ja. Ich habe die Zähne auch noch zu Hause, ja. Drum, Mundart wäre nicht so schlecht gewesen, Es ist nicht so schlecht drauf, aber es ist nicht so, dass ich jetzt in meinem Kämmerli sitzen und nur Mundart sitzen. Nein, logisch. Ex, ja, tatsächlich. Da. Nein, das ist ein voll grosses Scream. Ja. Und ich habe mega viel so Mundart Alben noch zu Hause. Muss ich sagen. Und von dem her, aber die Göhle jetzt will ich ihm nicht zu nachtreten, es ist wie nicht mehr so, es holt mich nicht mehr ab. Ja. Und die Phase, er hatte mal mit der Bellamy Brothers, hat sie doch, hat sie doch etwas zusammen gemacht. Ja. Und Urchig. Ja, wobei Urchig, das ist mit einem Traufer zusammen, oder? Das ist, das ist, ist mit einem Traufer zu Hause. Nein, oder? Ich mit so Jodel-Curli und so. Okay. Eben. Es ist einfach... Ah nein, was ist es mit dem Traufer zusammen gewesen? Das sind Bützerbüben. Bützerbüben, genau. Jaja, das ist, das ist der, das ist der Cashcrab. Das ist, das ist, das ist der... Der FTZ hat im Fall kaputten Rasen gehabt wegen der Bützerbüben. Ja, aber das ist einfach, wir holen den Big Bag. Aber, nein, Urchig ist gesehen, der Göhle mit eben so einem Jodel kam, wo viele Songs auch selber dann gar nicht... Ich glaube, das Branding, die hat doch so eine... so eine... Hey, aber also... Sven Ivanic hat mir Urchig gegeben. Hat mir Urchig gegeben, ja. Wenn ich könnte fliegen, mit der Flüge... Weisst du, ich bin so ein... Ich bin so ein... Oder Obwaldner, es ist so... Äh... Was ist es? Irgendwann sagt er... Und im Scheu feischt er! Das finde ich eh gross, wie sie reden. Nicht diskriminieren, aber ich finde es echt gross, wie sie reden. Nein, aber ja, darum sage ich, die frühen Göhle-Sachen... Sorry, das ist dann der Dächi. Er kennt ihm seine Verkaufszahlen von denen nicht, aber das ist wahnsinnig gut gewesen. So ein Lanzenbrecher dort für das musikalische, für die ersten drei Alben. Ja, siehst du. Es gibt keine Indianer mehr, er hat recht, es gibt keine Indianer mehr. Es ist lustig, weil bei uns hat es noch nie gegeben. Weisst du? Ich habe gedacht, es ist mega wichtig für ihn. Aber es ist lustig, weil das ist so ein bisschen... Bei all diesen Volksmusikern ist das immer so ein bisschen Grundthema gesehen. Was? Auch bei PUR, kennst du ja PUR, den Hartmut Engler. Ja, ja. Die hatten ja auch eine Riesenheide. Wo sind alle die Indianer hin? Aber ich glaube, das ist jetzt mit dieser Witte, mit dieser Steppe, mit dem, keine Ahnung, mit dem Freihetz... Was haben die alle mit Indianern? Ja, aber bist du... Wenn du Western geschaut hast, bist du doch immer für die Indianer gewesen. Es hat nie eine Situation gegeben, wo ich für... Voll, ich habe das Gefühl, ich war eigentlich bei der Winnetou. Ich war eigentlich bei der Winnetou. Du bist immer für die Indianer gewesen. Ich habe das Gefühl, ich war eigentlich bei der Winnetou. Du musst die Winnetou. Voll. Aber... Ja, wie... Aber ich frage mich, weisst du, was... Ja, nein. Aber ich glaube, das hat das... Vielleicht hat das mit dem... Mit dem Freiheitsgefühl, auf dem Land zu tun. Vielleicht ist es so in dir drin. Du führst eine Frisur wie den Indianern nach Burnout. Das ist ein Irokeses. Ja, aber nein. Weisst du, was das Beste ist? Er hat aber nicht ein Irokeses. Er hat vorne einen Strich und er hat durch einen Strich. Ah, und dazwischen ist nichts? Nein. Also genau habe ich es nie angeschaut. Nein. Er hat einen Platz. Er hat auf den Platz. Vielleicht ist das... Wenn du hier oben einen Glatzen hast und da noch etwas und da hinten, dann wächst dir halt auch nichts. Und das ist genau das. Aber... Nichtsdestotrotz, die ersten drei Alben sind grossartig. Aber jetzt hat sie es nicht als Feelgood genommen. Nein, nein. Aber darum, ich habe so gedacht, irgendetwas vielleicht in der Richtung noch. Nein, ja. Was ich mega gerne entdeckt habe von mir, ist, wie du etwas mit den Händen machen. Schreiner... Also meine Eltern haben so eine Holzflüge gebaut. Ich hätte schon gedacht, du kannst mit masturbieren. Nein. Also gut, also sind wir ehrlich. Also... Nein. Es wäre nicht so gut mit Schrauben. Nein, vor allem, wenn du das jetzt neu entdeckt hast. Ja, ja. 34. Neuentdeckung. Wuuuuh. Schreiner. Okay. Also du hörst es so schnell. Das kommt jetzt irgendwie so ein bisschen eine falsche Zusammenhang. Nein. Oder zu merken, dass ich ein Schleifpapier so führen und zurück... Ja. Oder etwas im Auto... Also nicht, dass ich es mir überdrehen kann mit Autos, aber so Sachen, die du selber machen kannst. Mhm. Letztendlich habe ich mein Drittbretter drab genommen bei meinem Auto. Ja. Oder die, wo du aufsteigst. Ja. Also ich denke, das kannst du eigentlich selber. Mhm. Das Zeug lösen. Und das ist irgendwie so... Du hast dann das Gefühl, ich habe etwas gemacht. Mhm. So. Oder ich habe etwas. Nicht, dass du nichts im Leben kannst, aber es ist wie so... Hey, das ist... Ja, mit den Händen. Ja, ja. Aber das habe ich zum Beispiel bei der Self-Checkout-Kasse. Da bin ich nachher... Da denke ich so... Boah, Alter. Weisst du, weisst du, was das Schlimmste finde bei der Self-Checkout-Kasse ist, ähm, also... Nicht Self-Checkout, sondern du kannst ja schon rumlaufen und im Laden scannen. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist super. Ja. Dann musst du es nicht noch einmal anlegen. Zuck, guck, in den Rucksack, zuck, guck, in den Rucksack. Und dann musst du es nur noch scannen. Aber... Es gibt ja immer wie viele Leute, die Angst haben, du scannst etwas nicht. Ja. Was mir schon ein paar Mal passiert, ist, ich habe es irgendwie doppelt scannen. So... Ja. Und dann so... Ich habe doch nicht zwei von diesen Sachen gekauft. Hmm... Aber es gleich zu Hause. Weil du dann das Fleisch nicht scannst. Ja. Das Chateaubriani nicht scannst. Sorry. Das ist ja das günstigste, was ich eingepackt habe. Shit, ich habe zweimal ein Zeebeln scannst. Ah, ah. Nein, nein. Letztes Mal... Ich bin so... Ah, Giselle. Kennst du Giselle? Mhm. Das ist die alkoholfreie Variante. Weiss nicht, ob es so eine alkoholreiche Variante gibt. Natürlich. Eben, ich bin nicht so der Alkoholiker. Aber Giselle. Giselle. Und das gibt es ja alkoholfreie. Ah, okay. Migros. Ah, und in Migros gibt es ja einfach nur die alkoholfreie Variante. Und dann habe ich den zweimal scannst. So, und dann dachte ich so, ja, okay. Aber eben. Irgendwie hat das mittlerweile so etwas untergegelt sich aus im Leben. Ja. Und das Problem ist, zweimal 0% Alkohol ist immer nur 0% Alkohol. Ja, nein, das ist nicht das Problem. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ein Riesenproblem. Nein. Nein, da bin ich im Fall auch der, wenn ich irgendwie am Punkt sage, wenn ich ja wirklich den Alkohol gespürre, Ja. Dann reicht ja wahrscheinlich eins meistens eher nicht eins Bier. Dann reicht es intravenös. Dann reicht es ja nicht. Ja. Und dann verwassere ich dann so schleichend eigentlich immer Alkohol zu. Wir nehmen mit einem Feuerabendbier. Dann kann ich ja auch eine Alkoholfreie nehmen, die ähnlich schmeckt. Aber ich bin ja auch nicht der Biergeniesser und kann dann genau sagen, das schmeckt jetzt nach Alkohol. Und das nicht. Also das spüren wir wie keine Rolle. Und dann finde ich so, anstatt mir, okay, das sind jetzt mega harsch, mir schleichend vergiften, dann vergifte ich mein Lieber eigentlich richtig. Ja. Also schon nicht gerade so richtig richtig, sondern einfach, dass man zumindest vielleicht ein bisschen gespürt. Mhm. So. Okay. Schönes Schlusswort. Wunderbar. Vergiften. Vergifte gut. Nein, es war schön, dass du bist da gewesen. Danke. Alles Liebe. Danke dir auch in zwei Jahren wieder. Mit neuem Konzept. Genau. Dann noch viel geht's. Danke, Christoph. Und machen's gut. Peace. 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 Untertitelung des ZDF, 2020